Jack, willkommen und moin moin auch an YouTube. Schönen guten Abend. Wir legen los? Heute gebt ihr wieder ein bisschen PUBG. Und ich würde sagen, wir legen auch so ziemlich direkt los, oder? Auf Dauer wird auf jeden Fall noch jemand mehr dazukommen, also so ist es nicht, aber es ist wie es ist, es ist spontan. Also, schauen wir mal, was so passiert. Mal noch Worde und Mario, mal noch Maximo und Tilly. Ich danke dir, Martin, für 13 Monate. Beim frischen Roten. Mal noch Eddie Domino. Hallo. Nicht vergessen, ja, ab sofort, also seit Mittwoch ist es tatsächlich schon der Fall. Stream ich wieder ein bisschen mehr, aber zweigeteilt. Der Abendstream bleibt auf bleibend Plattformen um 17 Uhr, auf YouTube und Twitch gleichzeitig. Aber um 9 Uhr stream ich jetzt auch nochmal das Ganze nur auf Twitch. Das kommt dann als Video später bei YouTube. Okay, okay. Schau. So läuft das. So sieht's aus. Das gibt's quasi einfach nur on top. So sieht's aus. Mein Lieblings-Mapper wird ja hier quasi immer besser. Oh Gott. Kannst doch schon knicken. Das Beste ist, plündere eine Flair-Gun, um eine Flair-Gun zu bekommen. Aber, glaube ich, ist nicht die geilste Quest überhaupt. Was willst du denn damit anfangen, bitte? Morgen ist in Berlin Feiertag. Und ich glaube auch in Brandenburg. Ansonsten, keine Ahnung. Ich hoffe, morgen gibt's auf jeden Fall genauso schickes Wetter wie heute. Obwohl es immer noch ein Tick zu kalt ist. Oh, es hat die Kühe. Oh ja. Ansonsten schon gar nicht so verkehrt. Düns, 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 düns. Düns, düns, düns. Das ist jetzt doof. Ich hätte gerne Waffe. Spiel. Danke. Alles richtig gemacht. Morgen auf mich. Ich glaube, der ist da drin. Ganz sicher bin ich mir allerdings nicht. Ich bin mir sicher. Irgendwas. Irgendwas. Der andere müsste hier runtergekommen sein. Oh, moin. Was ist vegane Mayo? Keine Ahnung. Ich weiß auch nichts. Also, ich... Es ist tatsächlich vegane Mayo. Aber... Es ist mir einfach so eingefallen. Hat kein großartig tiefere... Keine großartig tiefere Bewandtnis. Skrrrt, skrrrt, skrrrt. So. Dann haben wir immerhin schon mal eben dieses. Ich will das hier auch. Dort nehme ich dir auch ab. Ansonsten sieht das doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Nicht wahr? Gucken wir mal, was der andere so dabei hat. Heute... Wenn das so ist, mein werter Michabe, ich gratuliere dir von Herzen und wünsche dir alles Gute. Komplettikus. Und drei und zwei und... Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Michabe. Happy Birthday to you. So. Ja? Das war wichtig. Ganz wichtig. Ich brauche übrigens noch irgendwie was Richtung Magazin oder so. Und größeres Visier wäre gar nicht so ver... Oh. 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 Ja, Perfekto. Jetzt noch ein MP-Magazin. Und noch ein bisschen Neu-Armonie. Wuhu. AR-Magazin. AR-Magazin. Nein, mal noch lesen. Schönen guten Abend. Ei, 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 ei. So ein MG. Wird man aber auch drüber nachdenken, oder? Wir sind sogar halbwegs in der Zone. Ich würde sagen... Ich suche mir mal welche, oder? Morgen auch Fischchenke. So witzig draußen. Es ist wirklich Sonnenschein, Grande, alles. Es sieht so geil nach Frühling aus. Und du gehst draußen, es ist arschkalt. Morgen auch Gilleschnacki. Machen wir noch Eugen. Ich halte als Chadwick. Was? Wie kommst du denn auf Chadwick? Ii. Was? Was? Ich danke dir, Hecke 87. Danke dir für 29 Monate im Prime-Avonement. Lieben Dank. Warum bist du denn da drauf? Jetzt sagt nicht wegen des Thumbnails. Es wurde auf jeden Fall geballert in die Richtung. Ohohohoho. Nein. Ich danke dir auch, Kineschnacki. Für deine 100 Bits. Halt, hier mal eine Party. Das klingt so komisch wiederholend, als wenn es sogar wirklich irgendwie... Was machen die da? Feuerwehrs. Tja, vielleicht da drin? Ich weiß es auch nicht. Ich würde sagen, wir suchen uns, ob wir mal irgendwelche... Welche... Danke, 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 Kineschnacki. Und moin auch Uli. Schönen guten Abend. Und moin auch Monster. Bald Monsterwip. Moin auch Classics. Moin auch Metadrake. Guten Abend. Ich würde sagen, auch die Pause heute... Wirklich, diese vier Stunden... Kannst du wirklich mal runterkommen, entspannen, essen... Irgendwie noch Haushalt, Gedöns, bla... Irgendwas... Du hast echt für alles mögliche Zeit. Wir waren jetzt gerade noch einkaufen. Wir haben entspannt gefuttert und alles und so. Ich habe noch eine gute Stunde mit meinem Simmonomann gespielt. Da ist echt alles drin und da kannst du wieder recht entspannt abends loslegen. Also ich bin mit dem Modus eigentlich... So insgesamt... So halbwegs... Zufrieden. Können wir durchaus vorstellen, dass es uns diesmal ein bisschen länger hält. Also vielleicht so ein, zwei Wochen. Weiß das hier irgendwo jemand ist? Irgendwo grob in der Gegend muss was sein. Hinder, Hinder, Hinder... Dö, 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 dö. Nate hat ihn? Da ist er langgelaufen. Der wird ihn aus dem Haus rausgesprengt haben. Ich denke nicht, dass ich ihn sehe. Oh, guckt mal. Der muss raus. Ja, perfecto. Ja, besser geht's doch nicht. Dann gammele ich ihn richtig hart ab. Ah, das ist doch toll. Wasser rein. Wahrscheinlich sollte ich eher mit der MP schießen. Bin ich deutlich geübter drin. Als mit komischen DMRs. Alter, was willst du denn da hin? Komm doch mal raus. Mach mal ein bisschen in meine Richtung. Die Zone trifft dich gleich. Er willst du doch gar nicht. Ich glaube, er will's. Sieht so ganz danach aus. Schönen guten Abend. Ich habe zwar einen Rucksack, aber hey. Ich glaube, jetzt wird er wuschig. Zone, 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 was ist Zone? Zone, nein, nein, nein. Oh, bitte lass den kein Auto haben. Sonst kocht sich im Strah. Ja, das ist das Beste. Zack, ich hätte es mit der MP machen sollen. Aber es hat gereicht. Ich brauche dringend einen Karabiner. Dringend. So ein klitzekleinem Karabiner. Aber egal. Kill ist kill. Das weiß ich. Wir hatten vorne irgendwo noch ein Auto. Genau, warte mal. Wieso habe ich denn 1000 Knips BR-Coins dabei? Ich habe doch gar keine gesammelt. Viel Spaß am Nerd-Killer-Schnecki. Dein Prozessor und Gedöns und bla. Alles in Ordnung. Das klingt doch gut. Da muss gefeiert werden. Zeit, dass du dir eine kleine Pizza bestellst oder so. Machen wir noch Knut. Machen wir noch Fizzy. Irgendeiner fliegt da noch Helikopter. Übrigens, für alle, die jetzt am Anfang sind. Gerade, die die großen Wehrblock hatten. Ich packe den jetzt immer einfach so ein bisschen am Anfang schon mal direkt großen Minuten rein. Bei Twitch, weil das macht tatsächlich echt Sinn. Dann haben wir das quasi so ein Stück weit erstmal hinter uns. Und wenn es dann quasi losgeht. Dann ist die Werbung schon wieder erstmal eine Zeit lang weg. Das heißt, es geht möglichst niemandem auf den Sack. Hier wisst du, es läuft. Das ist quasi ein Trick. Und sonst nichts. Das heißt, wenn niemand wirklich in der ersten Sekunde da ist, nicht wundern. Das will ich jetzt eigentlich immer so machen. Weil dann halten wir uns das ein bisschen vom Leib. Weil ich würde ganz gerne halt, dass bei Twitch so weit wie möglich weg mit der Werbung zu halten. So halbwegs. So irgendwie. Ah, der Schwabels. Da ist er ja. Meine Güte. Lass da nicht mal einen Lauf. Diese Runde gibt dann, gibt der Eiskalt ein Abonnement aus. Nächste Runde spielt er schon mit. Der Schwabber, sage ich euch. 1000 Sasser vorm Herrn. Das ist der Wahnsinn. Ich danke dir, Schwabels. Für dein verschenktes Abonnement an John. An John Hicke. Oh oh. Anti-Auto-Zone. Dankeschön. Für die Nummer 207. Und ich danke dir auch, Walfi-Schwurz. Für deine 100 Bills. Vielen, 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 vielen Dank. Oh, ich spalte ihn. So geschnuten. Ha, gerade noch rausgerollt. Bist du im Büro? Das kannst du mir nicht antun. Kannst du jetzt nicht arbeiten. Ich weiß noch, was heute für ein Tag ist. Ein Tag vorm Frauentag. Du arbeitest? Nein. Naja, ne. Irgendeiner muss ja. Hat aber, wie mein Vater gesagt hat, an Feiertagen, ne. Muss es ja auch Frauen geben. Seht ihr noch was? Kommt ihr noch her? Ich würde gerne nochmal meine grandiosen DMA-Skills hier zeigen. Und nochmal mit der SVD rumballern. Ich treffe mit der... Ich treffe mit der DMA. Halt auch erst wirklich auf Distanzen. Da kann ich meine Nahrkampfwaffen draus holen. Das ist so dermaßen witzig. Oh. Moini. Ich habe aber jemanden laufen gesehen, glaube ich. Ich glaube, das war nicht das Auto. Meint ihr, mein Auto verrät mich? Hat er mit der Pistole gespielt? Aber fährt, fährt, fährt weg. Ich glaube immer, ich habe Mühe zu kurz gehalten. Immer aber relativ sicher, dass er jemand gelaufen ist. Oder er ist da zu einem Auto gelaufen, mit dem Auto weitergefahren oder so. Das ist irgendwie das Geld für die Abos verdienen. Das ist eine sehr, sehr gute Einstellung. Das finde ich sehr gut. Sehr, sehr löblich. Sehr vorbildlich. Ortverkehr. Ich glaube, das war sogar der Autoboy. Ich glaube, den ich gerade noch geschossen habe. Ich glaube, der hat vom Beifahrersitz geballert. und ist dann einmal wieder weitergefahren. Ich liebe dieses Auto-Warfare in PUBG. Ich bin für eine Season ohne Fahrzeuge. Das fände ich toll. Aber noch Tim Henry Klaassen. Tag. Da steht aber auch noch was. Da ist auch was. Sieht gar nicht so verkehrt aus. Advanced Vehicle Warfare. Der steigt auch gar nicht mehr aus. Sorgen wir dafür wenigstens, dass ihm das ein bisschen schwerer fällt. Äh. Ich muss da näher ran. Oder ich finde ein Karabiner. Aber so oder so gehe ich näher ran. Ich frage mich schon auf Sonntag, Vormittag endlich wieder Fahrzeuge. Oh yeah. Oh yeah. Ich mich auch. Was macht der denn da mit seinem Auto? Und noch Gloss. Ab und zu. Ich würde immer noch checken. Ganz genau. Wo ist der mit dem Karabiner? Na, landet er jetzt? Ich glaube, wir haben den Karabiner gerade gefunden. Zeit, dass ich seine Pose einnehme, oder? Ist schon wieder los. Viel Spaß, DS-Wells, bzw. viel Erfolg. Bis später. Einhütter. Bis. Was haben wir denn noch? 14 Und ich bin durchaus noch drin Eigentlich müsste ich mal eben eine andere Waffe rausholen und den hier oben, den Flieger wegballern Ich bin immer noch drin, der muss langsam sich bewegen Ich will eigentlich den, der hier noch drüben rum steht Aber am liebsten hätte ich ihn hier Ich glaube, den drüben hat er nicht erwischt Ich glaube, der wird da noch sein Der wird versuchen, jetzt langsam mal sich in unsere Richtung zu kommen Schade Schade, schade, schade Sekündchen länger, dann hätte ich wenigstens mein Koffer noch durchbekommen Oder früher, dann hätte ich noch weiter schießen können Moin, moin, Mimi Moin, moin Ich hätte mich nicht so dämlich auf den Flieger versteifen sollen Aber hey Der hat halt auch ein bisschen genervt Das ist halt einfach so Heute bleibst du dabei, Fischig Wieso hat er das denn von vorhin nicht gespürt? Morgen Abend steht noch sie drin Aber es wird sich höchstwahrscheinlich ändern Das kann ich aber noch nicht so hundertprozentig sagen Ich habe nämlich E-Mail-Kontakt zu zwei Entwicklern Die einen Shooter rausbringen Und rausgebracht haben Die durchaus interessant für uns sind Also beide Spiele Die ich ganz gerne zeigen will Und eigentlich würde ich das gerne schon morgen machen Kann ich aber so pauschal noch nicht sagen Ob das wirklich was wird Deswegen warte ich da nochmal ein bisschen Würde ich aber sobald ich es weiß Dann Bescheid geben wahrscheinlich Spätestens morgen Mittag oder so Mal gucken Spätestens übermorgen Den kenne ich doch Der verlorene Sohn Ne, nicht verloren Ich war auf Weltreise In Amsterdam Hast du was mitgebracht, sag mal Klar Warte Gauder Oh, nice Nicht verkehrt, nicht verkehrt Ich mag Gauder Vor allem in den alten Hatte gestern Still sitter for free Hat Hat jemand im Wagen Im Einkaufswagen vergessen Habe ich mitgenommen Siehst du? Siehst du? Das ist ein Kommen und Geben Geben und Nehmen Ich habe Oliven irgendwo geschafft Zu verdatteln unterwegs Ja, ich dachte Das liebten Dings Nimmst du mit? Wieso nicht? Naja Das ist ein Zeichen Definitiv ein Zeichen Ich ärgere mich noch Ich hatte Wir hatten Brauchten Oliven Ich habe welche geholt Die stehen noch auf dem Einkaufszettel Also ich habe sie auch bezahlt Aber Keine Ahnung wo die sind Die sind Weg Hast du überlegt Bringst du den Laden wieder rein? Ach fuck it Ist ja bezahlt Wieso den Laden zurückbringen? Ja außerdem Dafür habe ich noch was anderes aus dem Laden genommen Und bezahlt Sehr gut Sehr gut Damit sich der Kreis schließt Hättest das zurückbringen müssen Und versucht müssen Ohne bohender Geld wieder zu bekommen Und Das war einfach sie Das habe ich einmal gemacht Habe ich vergessen zu bezahlen Im Parkhaus Ja Bin einfach ins Auto rein Losgefahren Und da habe ich ihn angeschrien Statt dass ich bezahlt habe Dann hat er mir geöffnet Das war schön Manchmal Gewinnt halt Die Dreistigkeit Manchmal Eigentlich immer Muss man sagen Ja Leider schon Aber wenn ich nicht Ich auch nicht Manchmal wünschte ich mir auch Ein bisschen mehr Rutzpitz zu haben Bei so ein paar Sachen Aber Zu spätestens Wie sagte mal Schaumberg Für sexuelle Belästigung Bist du gar nicht mein Typ So ungefähr So ungefähr Ich denke mir Bei so den Parkplatzsituationen Hier denke ich Ich müsste auch eigentlich mal Irgendwie Viel dreister parken Oder so Aber Ich krieg es irgendwie trotzdem In der Wohnung Ja Am besten Mit Anlauf Ja Das wäre schon gar nicht so verkehrt So wie du Hast du schon mal ein neues Outfit gesehen Ich hab den streamig angehabt Oder meinst du ingame Ingame Ich hab den streamig angehabt Dann Ansonsten habe ich nicht großartig was gemacht Ich habe sogar noch eine richtige Hose an Weil wir noch unterwegs waren Na ja Weiß nicht So viel seriöser Oder unseriöser Siehst du auch nicht aus Genau das war der Plan Ich danke dir Egon Für deine 33 Monate Beim frischen roten Lachse Moin Danke 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 Und danke Andy B Moin Brauder Ich danke dir für 13 Monate Beim Riesenhobel Danke sehr Und moin auch Steffen Kausi Danke auch dir Dann ist ein YouTube Hype Train Ich spiel Ich danke dir Ich danke dir für die 33 Monate Beim frischen roten Lachse PUBG Parking Tipps Tricks Podcast Nice Genau so Warte mal bis wir über Essen reden Und Sowas Selbstbefriedigung Gleichzeitig in der Regel Ja Zwei Teams Und zwei Teams im Fischerdorf Und ich hab schon lange kein PUBG mehr gespielt Das ist nicht so tragisch Danke euch Drian Ich höre noch rechts von uns was runterkommen Richtung Halle auf unserer Seite Weiß nicht ob er da runter ist Aber ungefähr die Richtung Ja doch Ganz sicher jetzt Kein Scheißmann Das ist in der Halle Einer ist jetzt auch bei den Gewächshäusern dahinter Da landet noch wer Ich hab leider keine Granate gefunden Ich glaub der geht zur Straße In der Halle bei uns Ne hier Ich hab da einen Instant Weiß nicht von welchem du sprichst Das ist ja Ich höre noch Da ist ja einer Ja Ne Zwei Boah jetzt hat er Dass der noch lebt Links knockelt Oh, der ist geliecht Der andere ist hier in die Halle ran Er ist noch an der Straße Ja, ja, der ist noch an blauem Zaun davor Also hier An der Ecke jetzt Rennt rum, kommt bei dir rechts rum Hast du die Ecke? Ich muss noch mal aufs Dach rauf Ja, begrenzt, ne? Der andere tut es auch noch da Nee, ist noch der Rennt Hast du ihn? Und jetzt noch drüben Haben die rechts noch Und Fischingdorf, oder? Notfalls noch Ja Oh, Schupe Oh Kann ich es sehen? Hier am Stein? Oh, so knapp über seinen Kopf rüber Der Stein Naja, ich habe es gesehen, aber ich kann nicht mitspielen Das ist was für dich Hm Aber er zeigt sich jetzt nicht mehr Spaß Look, Andy So zwei Ich mach nochmal die Halle an Nach dem Stein ist jetzt auch einer Auto mault sich Die drehen Auto weg Kannst noch gucken, die zu looten, ne? Die einen von beiden habe ich hier erwischt Vielleicht hat der ja was drin Die Falten Ich wechsle meine Straßenseite Um bessere Pose zu bekommen Hä, was geht denn da ab? Ich will gar keine Vektor spielen Das entwickelt sich hier schon wieder Mörser? Du? Ja, meiner Ne, Mörser, Granat Mörser Hab ich wo der letzte von denen ist? Wer könnte gesessen haben? Was? Die Nate hat einen? Auto? Buggy rollt da drüber noch an Bist du das? Äh, irgendwas stimmt mit denen nicht Pipe hin oder irgendwas Ich hab voll auf seinen Kopf geschossen Ist nichts passiert Bei dir ist einer Ja, der hat's gegenhalten Schön Ab ihn Krass, ey Nur auf seinem Kopf mit der MG Ist nichts passiert Oberhalb schießt Oberhalb schießt noch was im Vorgelände? Hätte ich mal eine Granate hier ermöglicht Ich muss jetzt rüber rennen Ich brauch Muni Mach mal Ich hoffe, ich erwisch den einzelnen nicht Ich hab noch zwei vor mir Hätte ich eine Granate Das wäre voll nice Hier an dem Stein, wenn du rechts rum zirkelst Wenn du ein bisschen hoch gehen würdest Kriegst du sie vielleicht bei gelb Einer noch Goldkowski Mauer noch Mr. Elf Mauer noch Picova Und Tribune Auch mal Spoke Auf der anderen Seite sind auch noch mal welche Die mich gesehen haben Ich hoffe mal die haben keine Nades Ich hätte so gerne eine Oder habt ihr es geschafft? Die gehen ins Auto wieder Jaja, er hat es zum anderen Stein geschafft Nee, der Stein Ja Wir haben beiden Steinen jetzt What? Schön Mist Da sitzt nur einer drin Jetzt sitzen beide drin Ich muss jetzt selber gehen Ich hab keine Muni mehr für meinen Nachkampf und allem Schade Naja Was hast denn du hier dabei, Boy? Naja Sieht so aus, als spiele ich erstmal eine AK Oi, brauchst du Siebener, ne? Ja, der hat zum Glück welche dabei Ich kann dir noch einen Sechser mitbringen, wenn du willst Sechser wie Sie Wir fassen ja immer lieber Aber ja Ich hab nur Sechsfach tatsächlich Du musst essen, was auf dem Tisch kommt Wieder unser Gelände sogar Nee, Fischerhügel glaube ich Ja Also ungefähr jedenfalls Ja, Fischerhügel Ich hab hier ein Auto Wir könnten auch gucken, dass wir mal eben so ein bisschen Wenn du willst Moin Magalon Sind wir Sind wir Gut, drin und noch Also Sicher uns trotzdem mal den Buggy Moin 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 Malagant Moin 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 Taktisches Taktisches Kugelschlaufen und Sechsfach liegt alles bei meinem Marker Moin 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 Okay Auf dem Hügel keinen Hier auf dem Hügel keinen Hier kommt noch ein Auto Brauchst du einen geraden Griff? Nee. Ich brauche eigentlich gar nichts mehr, außer eine andere DMA. Ich habe ja noch eine andere A, ja. Ich ranne jetzt mit einer AK mit Schnellwechselmagazin durch die Gegend. Die sind noch halb hoch am Berg irgendwo. Ich schieße sie schießen, aber ich sehe sie nicht. Ah ja, die müssen auf der anderen Seite jetzt aktuell stehen. Hoppett? Er hat Richtung Fischerdorf. Hier müssen welche sein. Ich habe eine Granate hochgehen sehen. Ja, ich sehe sie auch hier. Aber gut, gut entfernt. Na gut. Witzig, dass wir hier bis jetzt auch gar nicht so richtig weg müssen und so, ne? Bisher nicht. Ich kann sogar wieder auf eine Vektor umsteigen. Ja, ich glaube, ich spiele auch lieber die Vektor. Zum Glück habe ich die Fünfer, äh, die Sieben, äh, nein, die Neuner gerade erst weggeschmissen. Hm. Jetzt, hier wäre auch noch ein AR-Magazin, aber brauchst du wahrscheinlich auch nicht mehr. Naja, ich habe eigentlich alles. Nice. Das freut mich. Danke. Oh? Oh? So, da vorne drauf und ich bin sogar wieder ein Neuner gut dabei. Oh, irgendwo habe ich das gesehen sogar, meine ich. Oh, ich habe einen. Okay, perfekto. Hier ist auch noch viel Muni, neunzig Muni. Ja, bei mir geht's. Das passt. Und eine Vektor-Gweil, alles was ich nämlich brauche. Wieder, äh, wiederkommen Heli, ist unterwegs. Hm. Ne, das war ein Dings. Über uns. Ich glaube beides. Gerade eben. Ja, ich sehe den Heli, ich sehe den Heli. Ich sehe keine Springer. Wieso scheinen die sich im Fischerdorf aber einig zu sein? So, ich sehe was passiert. Oh du? Komm nicht bei mir rum. Gehen zu den, zu den Drops, ne? Moin Doomsday. Na, springen auch welche hin? Danke dir. Hier. Für dein Prime about the moon, I'm dry and swans the moon now. Hm. Ich sehe Seiten auf jeden Fall. Ich bin ja... Ich bin ja am liebsten fast den Fischerhügel anlaufen, ne? Ja, so, na komm gleich, ich lasse mal sehen, was passiert. Ich glaube nicht, dass ich auf der Auto-Map hoch 10 mit einer Vektor durch die Gegend renne, ne? Auto? Osten, Nord, Osten, Osten. Hat gehalten. Unserer Seite, ne? Ich glaube, da wo ich mal lande, ich glaube, ich habe einen laufen sehen, da wo ich immer reingehe. Genau, das meine ich. Also... Auto? Ja durch. Ist aber bei Forz Halle gestartet, ich glaube, drüben könnte es noch geben. Sicher bin ich mir nicht. Hat der gehalten, der gerade gefahren ist? Ne. Ist der noch. Der hält da hinten schon mal. Der, 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 der wo ich sonst immer runterkomme, der ist da. Der ist da. Der ist da. Sehr gut. Gut. Der ist jetzt hinter der Halle. Ich gemütze. Naja, der ist in der Halle drin, Geld markiert. Buggy ist direkt bei mir. Also, zum Fahren für uns. Mhm. Doomsday. Jetzt geht er zurück, ich glaube, der fährt aber gleich. Dann holen wir uns. Noch 20 Sekunden. Ah, er läuft. Er ist jetzt hinter dem Haus, auf das ich mal draufgehe. Mhm. Er ist drin in dem Haus? Echt, ist da doch ein wiedergekommener. Der sieht so aus, als wenn er noch echt alles mögliche liegt. Er hat ja aber nen Helm und all das. Er fährt. Hat nen Treffer. Angehalten. Mhm. Schön. Das war ein Reifen. Habe ich versucht, ich weiß nicht, was ich getroffen habe. Also ein Reifen ist auf jeden Fall habsgegangen, aber wir müssen selber. Ich komme zu dir. Neudarmonie herumliegen, krank. Bei mir müsste noch irgendwas kommen. Da ist auf jeden Fall ne Täuschgranate gezündet worden. Haha, ich brauch's halt auch. Ich sag ja, das ist wieder einer der Runden, bei der sich irgendwie so die Vector von selbst aufgebaut hat, ohne dass er's wollte. Der hat den Hügel grad angefahren vor uns, der Dude. Na, schwer jetzt noch, um anders hinzukommen. Mhm. Zweifel, bleiben wir irgendwo in der Hood. Hier kennen wir uns ja aus. Hier, oder? Wie gesagt, hinter uns, ne? Richtung Nord-Osten, Osten, irgendwie so. Ganz grob, die Richtung müsste noch was kommen. Der Stein ist sogar noch drinnen, wie eklig. Unterm Auto, Max. Wo? Unterm Auto. Mist, treff nicht. Jetzt haben wir jetzt mal noch einen Reifen weggenommen. Tja, ne? Sag mal so. Bleib dabei. Hier steht noch ein Auto. Bist auf jeden Fall wieder weiterlaufen. Hier unten bei uns sind wahrscheinlich auch da drin. Ist denn auf jeden Fall noch mal ein Auto? Und ne Smoke seh ich. Hier direkt. Und auch BRPW 55. Ja, rechts, 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 Micha. Alter. Da kam der noch. Da stand mit Buckelgrad oder so. Wir müssten es nahezu zeitgleich drauf geschossen haben eigentlich. Na gut. Wir müssen. Ungefähr, ne? Oh, ja. War er nicht voll? Ben voll. Und ich hab nen Rucksack. Tja, ne? Tja, ne? Wir wissen, dass hier oben was ist. Ist so die Frage, wie wir jetzt fahren. Ich würd versuchen, tief am Berg zu fahren, dass sie vielleicht nur oben nicht direkt uns beschließen können. Oh, Scheiße. Äh, äh. Oh, tief am Berg? Warte. Ah, da fahren sie gerade. Gar nicht verkehrt. Gar nicht verkehrt. Oh, direkt auf uns. Direkt so. Shit. Ich nehm die kleine Hütte jetzt. Die ist auch besetzt. Ja. Aber im Zweifel egal, ne? Also irgendwas muss ich auch nehmen. Ich würd sagen, wir versuchen es hier. Hier läuft was. 2 Leute, relativ offen. Einer hat nen Header. Der hintere. Der hintere. Der hintere hat nen Treffer. Der hintere. Der hintere hat nen Treffer. Der sind nicht mehr im Runden sind. Scheiße. Ach, zu viel gewollt. Zu greedy. Ich bin nockelt. Ich bin nockelt. Müsste gehen. Ne, ich bin im Zeit. Ich bin im Zeit. Ah, okay. Jetzt müsste es definitiv gehen. Machen wir mal, dass die auf der anderen Seite uns nicht sehen. Mal noch Novo Space. Wissen will, wie dein Name ausgeschrieben hat. Äh, äh. Was das bedeutet? Ne. Was ich nicht wüsste. Ich stehe auf Geheimstouerei. Will mir den Spirit nicht versauen. Ich hab ne M24 rausgeworfen. Weiß gar nicht was du hast. Warum wieder? Hier müssten sie dran sein, ne? Äh. Marketer. Direkt offen. Am Baum. Wir sind immer noch drinnen, ne? Hm. Wir sind immer noch drinnen, ne? Läuft wieder. Ungefähr hinter der Check. Ah, die ist super drinnen. Ne. Ne, er läuft weiter. Muss ein Dritter sein. Der läuft vorbei. Ist so elendig hier. Ich kann kaum richtig schießen. Entweder ich stehe und treffe nicht. Kann ich schießen. Oder ich hauck mich hin und seh nicht mehr. Dahinter geht's. Ja, ja. Hier hinten. Hier hinten. Jetzt seh's. Markiert er nicht. So. Hä? Hä? Ich will nicht ACP markieren. Was ist das denn? Am Stein ist er? Läuft vom Stein weg. Reifen. Hinten und rechts hat ein Treffer. Genau. Woo! Nice, der Ding. Ja, easy, Micha. Easy. Eins auch. Ich hab auch gar nicht auf den Reifen schießen müssen. Die zeigen sich gar nicht an der Check, ne? Das check ich auch nicht so. Haha. Das war nicht gewollt. Das war ein Schalauer. Wird ja fast versuchen wollen, nochmal eine Granate reinzuschmeißen. Na toll. Jetzt hat er den... Jetzt hat er den Spirit gekillt. Hier oben drauf. Zu den Check sind vorhin zwei Gillies gelaufen. Die waren auch im Fight, aber... Die können auch super gut einfach rübergelaufen sein irgendwann, ne? Ja. Die müssen... Zu denen hier. Obwohl, wenn wir warten, bis die Zone zugeht und die nicht in der Check sind, können wir uns hier ran... Öh, kümmern. Ist das. Können wir mal machen. Die... Ich seh's, ja? Na schön. Ah, war nur noch einer. Puh. Jetzt können wir aber relativ gut schon mal an die Kante laufen, ne? Wir können hier ran. Ich mag Kanten. Ist doch schick. Lass die erstmal alle laufen. Ich hab noch Rauchgranaten. Drei Stück. Ich hab noch einige andere Granaten. Ja perfekt. Lass die laufen. Siehst du sie hier oben drauf? Mhm. Oh! War nicht schlecht. Ich weiß nicht woher. Keine Ahnung. Ja. Naja. Hat mich echt... Hast du mich beschaffen? Wenn der noch außerhalb war. Ja? Ja. Dann wird's Zeit für unsere Rauchgranaten. Ich sag dir nicht, dass ich ein Self-ID hatte. Ist okay. Hat ja auch keins. Weißt du wo er ist? Nee. Hast du deine Rauchgranaten noch? Ja. Sehn. Wer hat' ich nie gesehen? Ja. Was ist denn das? Ich glaube, das ist so. Ich habe noch eine Katastrophe. Rechts, rechts von mir. Noch einer und der müsste links sein. Oder so. Uff. Ich war mir nicht sicher, ob der nicht sogar hier noch lag. Weil ich hatte hier zwei und der eine war instant. Am ersten hab ich geschossen, da ist mir irgendwie nichts passiert. Ich hab die anderen oben beobachtet, als du den anderen rechts angedingsst hast. Nice. Easy. Kein verkehrter Einstieg. Ja, oder? Wird auch sein, kann man machen. Mauer noch Früßchen. Mauer noch Big Bonk Therapy. Easy, easy. Jetzt bereit. Oh, noch Griffin. Ich muss ja gleich echt so gerne Fenster zu machen. Ich muss gleich mal die Heizung anmachen. Gleich wieder. Also höher stellen. Das ist echt krass. Ich meine, Hände sind kalt. Es kommt so kalte Luft rein die ganze Zeit. Ich glaube, ich mach echt Fenster zu. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, da. Weil meine Nase eben schon anfing zu laufen. Also kalte Hände sowieso. Ich fing schon die Nase anzulaufen. Ja, das ist, äh, ich sag gerne. Du guckst raus und denkst, es ist Sommer. Du gehst raus und vermisst deine Winterjacke. So wie ganz, ganz strange hier aktuell. Ja, aber nächste Woche 20 Grad. Passt schon. Endlich baden. So sieht's aus. Hey. Moin auch Wollimoo. Moin, moin. Aber ja, meine Nase macht mir auch die letzten Tage schon heute auch immer wieder Probleme. Ne, die läuft halt, weil es kühl ist, läuft die halt, ne? Da kommt halt, ne? Wasser raus sozusagen irgendwie. Bei mir ist das halt ein normaler Hausstopp. Dieses Wechseln zwischen heiß und kalt und spielt die Heizung wieder an, dann ist es wieder aus. Pass das wieder an, dann wieder aus. Ich muss immer vielleicht einen ordentlichen Filter kaufen. Ich hab tatsächlich überlegt. So einen Heberfilter. Ich hab mir tatsächlich überlegt, ob ich mir so einen Luftfiltergebläse fürs Büro besorge. Und auch Schülerloze. Grüße an den Hesse-Bub. So. Gruß zurück. Falls ich gemeint bin. Vielleicht. Du weißt doch nicht, das ist im Duo. Kann's ja jeder sein. Hm. Einer von uns beiden ist dümmer als ich. Es gibt hier nur einen, der dick ist und der ist nicht dick, Michael. Ich nehme ein Auto. Das steht hier bei Gelb. Ich sehe so ein paar bei dir mitspringen, aber sehr weit nicht. Zu dem Gelände, zu dem wir sonst immer springen. Da dürfte, glaube ich, keiner hinspringen. Ich muss sie mal auf die beiden da ganz hinten, aber ich glaube eher nicht. Wir fahrsen halt. Ja, wir gucken mal. Was ist das okay? Was ist das okay? Die sind schon sehr weit gesprungen. Nee, 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 nee. Die sind hier in das Gelände rein. War auch rein wollen. Hä? Hä? Oder hinter? Hä? Hä? Lass mich. Lass mich raus hier. Nein. Will ich gar nicht. Ja, die beiden sind schon. Was ist ja nicht unwahrscheinlich, dass die irgendwann rüberkommen. Ja, ja. So versteckelt das Auto gut. Ja. Okay. Hähnchen. Ich gehe dann mal. Natürlich. Mal lös. Ich sehe es doch schon kommen. Ich werde wieder MP spielen. Ja, willst du doch eher? Ja, eigentlich schon. Ja, siehst du? Ja, siehst du? Ich habe nicht gelogen. Ey, halt nicht unbedingt die Vector. Das war halt das Ding letzte Runde so ein Stück weit. Song. Ja, gut. Das ist ja nochmal ein anderes Thema quasi. Willst eine Ace? Ja, theoretisch schon, aber. Ich guck mal, was kommt hier noch. Ich markiere sie den mal. Hier liegt sie. Willst du den Bison? Ja. Wird aber ein MP5 dabei. Also passt eigentlich auch erstmal. Okay. Mal noch Braindor. Da ist aber mal noch Malagant erstmal her drüben. Das ist ja hier wieder die Geschichte mit dem Hase und dem Igel. Mal ist er ein Hase, mal ist er ein Igel. Das ist mal eine hässliche Karre. Was ist denn da? Was soll das hier heißen? Sexer? Sexrank? Ja, ne? Hatte heute Beintraining, weißt du? Ja, dann war es das mit dem Verkehr. Ey, ich bin starr. Ja, ich wollte noch gucken, ob die Duts nicht irgendwann kommen. Ich lege das Zeug hier hin. Schon mal ganz nice. Gucken wir mal, ob du sowas hier brauchst. Hm. Magazin hast du noch ausgelegt, ne? Ja, spielst du AR, dann kann ich ja drunter den gehen. Nice. Was sieht das so aus? Ich kann ja mal selber gucken, ne? Hier ist ein M4. Spielst du jetzt gerade eigentlich? Gerade? Gerade noch die auch. Ja, du hast ja jetzt in einer gewissen Zeit lang nicht mehr gespielt. Das ist ja genau der perfekte Zeitpunkt, eigentlich mal um die Waffe zu wechseln. Mach ich. Spiel ich auch gerade. Oh. Ich spiel Hubschie vor Ort, ne? Und ich sagte vor Ort. Okay, okay. Aber nicht bewusst. Ja, die kannst du schon behalten. Hast du nicht bewusst vor Ort gesagt? Oder spielst du nicht bewusst vor Orts Waffen? Das mag ich dir nicht. Das ist nämlich alles möglich. Oh, ich geh all in. Beides. Tja, ne? Ganz anlaufen kann man die halt nicht, ne? Bissens über dem Hügel. Ah, ich seh einen oben drauf. Äh, hier. Oh, cool. Bootet. Krass. Steht den Namen aus, Schluter. Tada, der tanzelt da irgendwie so ein bisschen. Was sie machen, könnt natürlich die anlocken, ne? Könnt ein bisschen rumbannern. Ich soll fahren lassen, oder? Adrie, Stenny. Nach gutem Brie. Mutter? Bist du da? Oh, jetzt komm so. So ein bisschen, oder? Ich werd mal versuchen zu baiten. Der hat den letzten, das letzte Ding hier angedingsst. Angelaufen. Angelieft. Versuch mal, aufs Dach zu kommen. Uh. Fuck. Könnt auch sein, dass die von weglaufen, dann ist mein Auto. Gucken zumindest. Ja. Haben wir schon mal erreicht. Du wirst dich sehen. Du wirst dich sehen. Ne. Die laufen bergauf, nicht auf uns zu. Jetzt können wir aber auch schießen, eigentlich, ne? Oh ja, ich schieße auf den linken. Darnehmengeschossen. Komm, zeig dich, Dude. Und ein rechts hat einen Treffer. Ja. Gesehen, gesehen, gesehen. Oben links, nockelt. Ich versuch's mal. Ich guck drauf. Was soll ich, wenn du versuchen willst? Ich mag Eier. Fuck it. Jetzt müsstest du rechts sehen können, oder? Beide? Ne, 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 ne. Stimmt, nur die rechte Seite, das bauen wir uns die ganze Zeit. Schieß nur auf die linke Seite. Aber jetzt müsstest du ja schon oben mal bezahlt, das ist wahrscheinlich schon. Ja, wieder ein nockelt. Der trägt ihn weg. Hit. Da muss doch mal was passieren. Ich push ran. Die müssen jetzt enorm Druck eigentlich haben. Hab ich auch. Aber ich wollte mit dir jetzt nicht drüber reden. Glaub ich dir. Bald ist er ja sauer, keine Sorge. Wandel kommt bestimmt. War noch Bulle. Lauf straight drauf zu, ne? Ja, ja, ist auch. Ich kenne mich gut. Ah, jetzt seh ich dich auch wieder. Ja, ich kenne mich nicht drüber. Ja. Ein nockelt. Er ist, glaub ich, in der Halle. Ja, hinter der Halle hab ich ihn grad gesehen. Kurz. Brauche ich noch Sekunde noch. Na toll. Bring alles in den Zaun. Oh, er ist eher schallig. Lass mal drin liegen. Nice. Ist nicht so komplex. Tja, der hat Parabiner M4. Radegriff seh ich hier noch. Vierer Visier. Kompi ist eher Wangenpolster. Irgendwie sowas. Brauch nix. Kompi. Nice. Weiß ich nicht, ob die nicht hier oder da sich dann trotzdem mal für die Meldung entscheiden. Also ich hab die dreimal oder so im Rauch abgeballert, ne? Ich meine, halt immer direkt am Baum runter gezielt. Also so knapp, wie es nur irgendwie geht, am Baum runter. Naja, dafür bin ich keinmal. Naja, aber, also. Ich wüsste ja nicht, ob wir nicht dreimal. Hier links. Oh. Hit. Auto kommt auf uns zu. Oh, das war die Falle. Nein. Jetzt heilt er sich und liegt und ich muss nachladen. Ich hasse es. Der darf doch. Der muss doch stehen bleiben. Das war doch der Deal. Ups. Ups. Appa sammelt Schad. Jetzt wissen sie, wo wir sind. Ich geh runter. Tschüss. Mein Fahrzeug oder so haben wir auch nicht, ne? Ich hab ich jetzt eigentlich gar nicht so die Bedrängung des aktuellen Haars. Nee. Nö, ich glaub hier erstmal dabei. Laufen schon hier vorne. Ja, ist eigentlich schon. Shit. Apperschaden. Schaden! Schön. Habt ihr einen hinteren? Ich weiß nicht, welcher der hinteren ist. Der hier lebt noch. Gelb markiert lebt noch. Na gut. Ne, der ist ein paar weiter hier. Sorry. Einen Treffer? Ich hab in seine Hand geschossen. Naja, ich glaub, gegebenenfalls hab ich's auch getroffen. Das nervt mich. Kriegen wir noch. Hast du den Knockeld? Hier hinter. Hat der denn Dings gehabt oder was? Ne, ne, ne. Der ist schon ran gelaufen. Ich glaub hier hinter. Ich bin mir aber nicht sicher. Also da ist auf jeden Fall der andere gelaufen. Ja, ist er. Der hat markiert. Ich hab ihm header gedrückt. Ich hab ihn. 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 Wer ist da auch noch? Kann man den Koffer geben? Endlich Hier steht ein Auto, aber ich glaube, da gibt es keine Reifen mehr dran Ja, den haben wir doch kaputt gemacht Oder welchen siehst du? Ja, kommt rein Könnten fast zu uns auch wieder zurücklaufen Ja, wahrscheinlich sogar Müssten wir das machen Das ist aber zu weit weg, das macht doch keiner Jetzt sehen ein Auto weiter hinten an der Straße Mal gucken Die linke Seite hat er noch Reifen Naja, jetzt müssen wir auch so lange mal gucken, ob wir in die Zone kommen Müsste gehen, um bis zu dem an der Straße zu kommen Willst du direkt mitkommen? Ne, loot mal und halt dich mal hoch Das ist nur eine kleine Strecke Ich habe acht Koffer, also entspann dich Ich habe jetzt vier Bin maximal gebuffert, habe noch Buffer Buffer ist eher schwierig, aber Weil da keine Verbände Mhm, Vitor Aber wir haben es nicht sehr weit Schlägt dir dann ein paar Koffer in den Kofferraum Ich hoffe mal, das war's Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir jetzt Ne, geht noch, geht noch Ja, ja, ich hoffe mal Ja, wir müssen halt eins, zwei Mal anhalten zum Heilen Ah, das sieht doch gut aus So, helft Wie viel Buffer hast du jetzt noch? Zwei Und 100% habe ich Mehr reingeknallt gerade Ja, gut, ich habe jetzt noch fünf Dann nehme ich mir nicht noch einen extra Auto, auf der Straße gerade gefahren Nach rechts Richtung Nordwesten Der Hügel links ist besetzt Wart war irgendwie klar Wird vielleicht so quer den Berg anfahren Auto Ist mal ein bisschen sicherer gemacht Weil wir nicht mehr volles Leben hatten Mhm 20 Sekunden Ich würde sagen, wir laufen den Rest Auch voraus Auto voraus Denk an die Kack-Visiere hier auf der Karte Ja Bär Denk an die Bär Mist Nein Nee Nein Einer lebt noch Sehr schön, sehr schön Ich bin Nockt, ich bin Nockt Muss ich ranhalten, sonst komme ich nicht mehr rein Danke Jetzt wird es Jetzt wird es ein Bär kommen Ja Wir müssen an dem Bär vorbei, ne Also Das ist noch nicht vorbei Die Chance Vom Bär gekillt zu werden Easy Ich hole mir erstmal Ein bisschen Stuff Ich glaube, ich hole mir auch noch mal einen Helmy Der hat einen Zweierhelm, wo ich dran stehe Ah, ein bisschen was habe ich jetzt wieder Hast du einen Waffer geholt? Ja, ich habe jetzt vier Stück wieder Hast du auch den Bären auf, ne? Der war hier direkt vor uns Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn, Max Ich sehe ihn Er kommt Easy Der Bären-Töter Jetzt hast du kein Leben, ne? Du? Ah ja, easy Eieiei, weißt du, da hätte ich jetzt aber an den Tisch gebissen, ne? Dann ist ja klar, Alter Ich konnte auch nicht schießen, weil du dann vor mir standst Ja, ja, Kontakt War eine Minute acht, ne? Eigentlich müsste man uns eher um andere Sachen kümmern Oh, noch Barzillos Oben, oben, auf dem Dach, glaube ich Auf dem Dach Ja, links Hab ihn Bis hier können wir laufen mit Deckung Die sind nicht mehr drin Noch ein Bär Schieß schon mal drauf Ist der laut, ey Ne, Mann Ein bisschen Sekunde Der ist wieder auf dich gegangen, ne? Müssen gleich rennen Ich renne mal Ich guck drauf Juckt keinen Oberhalb Die sind gesprungen, die sind gesprungen Ich hab's gesehen Zwei Fallschirme Sehr gut Hinter uns rechts läuft noch einer Steps vor raus Die sind Hinter Nade von mir Haukert Okay, ich werf meine weg Boah Das Ding hat mich erschlagen In der Luft gerade Scheiße Hier unten geht's wieder Ich hab meinen Knie bekommen Oh Scheiße Das war's Das war's Ai, 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 ai Ich schätze mal Die haben sich schick von den Schüssen nochmal anziehen lassen Ich hoffe, die gehen nicht da nach oben Drops Vor allen Dingen Da waren Drops dort bei denen Ja, das ist perfekul Gibt's hier nicht Einer war auch hier Der hat mich im Grab noch beschossen Das ist komisch Spielbereich Okay Noch einer außerhalb Noch einer außerhalb Musst du sein Ja, sein Mate ist direkt daneben draufgegangen Ah Na, der kommt her Der war mehr rechts von dir eben, ne? Okay Oh, der hat ein MG Okay Okay Bis zum nächsten Mal. 31 googeln eine smoke du hast den lack von beiden seiten ich muss halt super kontrolliert schießen das ist halt mega eklig ich habe keine nade, kein gar nichts und die sind auch noch drin hat auch für den ersten nicht gereicht ich frage mich ja mal ernsthaft wie ich den einen dort mit dem mg gekillt hatte und die beiden waren ja da quasi direkt dahinter ja das gucke ich mir auf jeden Fall mal eben kurz an würde ich sagen ja schon am Anfang das eine du doch am Baum, die ich ein paar mal weggeballert habe und irgendwie ach so eine Handvoll mehr Muni jetzt nochmal eine nade oder irgendwie so ein bisschen mehr Spaß das wäre echt cool gekommen mal noch Captain Caesar die waren sogar das waren sogar die beiden bei uns oben die müssen komplett rumgezuckelt sein ja hab ich sie mit meinen Nades nicht einmal erwischt die müssen ja dann direkt wieder runtergefahren sein ne du hast die Nades ja relativ on point geworfen guck mal war nischt jetzt hab ich meine zu weit rechts glaube ich genau jetzt bleib ich da eine weiter links die war auch gar nix und die ist auch nix ey meine hab ich zu kurz geschmissen naja die sind rumgezirkelt haben dann den auch gelootet so wie es aussieht mit dem MG den ich noch abgeballert habe ja ja hier hat auch noch kein MG dabei geil deswegen konnte ich auch relativ entspannt laufen ich hatte mich eigentlich damit gerechnet dass sie mich hier oben schüttel beschießen wenn ich hier unten laufe naja aber dann passt das moin auch schwile moin 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 oh schöne Runde ja geht so warte mal bist du gar nicht dabei egal mach die Runde so zeig mir was du alleine kannst hab du das nochmal hinkriegst ey die erste Runde hab ich alleine gespielt guck mal ich hab n Bär mitgenommen von eben aber das ist der falsche Bär ne sammeln nur Waschbären ich hab ich hab meinen Pelz gefärbt für die kleine extra Überraschung und rasiert warte wo bist du denn guck mal guck mal auf meinen Rücken gefärbt und rasiert oh nice kann ich Expeditions willst du wissen Cooper ich find's ganz gut es ist tatsächlich es ist halt wirklich ein bisschen was anderes und so weiter und so weiter aber ich find's ganz geil kann man machen und ich spiele es ja morgen zum Beispiel auch schon wieder weiter hab's ja heute auch gespielt und so schon ganz nett kann man machen man's damit echt eine positive Meldung hatte ich tatsächlich auch drin ich weiß nicht wenn ich beim letzten Mal gemeldet hab aber irgendwie einer davon ist auf jeden Fall rausgestoßen James ja einer ist weg Zeit für ein bisschen die Medelwasser Medelwasser ah ich will mal gucken was da waren siehst du ich will raus Claudia Claudia oh 2 ja ich bringe mal den hinteren Teil dann ich glaube ich direkt zu dem Haus so hier aufs Dach zu kommen hier los die sind in den Hallen die sind in den Hallen eine Weste die sind noch verteilt in beiden Hallen ich näher mich so ein bisschen in den Hallen von hinten einer ist noch hier drin einer läuft links hinter dieses Haus das ist jetzt in der zweiten Halle der Start ist jetzt bei mir im Haus bei dir drin ja bin auf dem Dach weißt wo sein Kompagnon ist ja gelb markiert okay das ist jetzt genau in meinem Stockwerk mein Son of Lovecraft guck mal wie ich es da dattelt habe er hätte auf jeden Fall schon an einer Stelle ganz gut schießen können ähm okay was war das? er hat vor mir die Kante ins Häuserdach geballert weißte er nicht aber ich stand da nicht recht niedrig ich mein gehört wie ich gelaufen bin würde er irgendwann mal gehört haben mhm mhm er ist vor allem nicht so sein Kollegen dass der irgendwann mal was tut mhm ja 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 Steht der? oder was? äh, äh, der ist hier aufs Dach drauf Ich hab sein Maid genockelt, er ist oben auf dem Dach bei Gelb. Aus dem Winkel, der ist reichnet, der hat mir nur in den Kopf... Nee, doch, doch, der hat mir nur in den Kopf zerballert. Der läuft, der läuft. Willst du dich runterplumpsen lassen? Ich weiß nicht, ob das was bringt. Er holt sein Maid schon wieder mal noch rein, ne? Also schwierig auf jeden Fall, aber... Schon wieder da reingeballert hat. Schwierig, schwierig, schwierig. Maid, auch Inuki. Aber jetzt ganz rechts außen. Wieder eine Hälfte bekommen. Und auch Christian D., der kommt jetzt auf meine Höhe. Läuft er mir vorbei an der Ecke, kannte jetzt... Ach, du wärst an der Halle. Um Namen allerdings okay. Ja, würde ich auch sagen. Es kann sein, dass er mich irgendwann vorher vielleicht... Ich meine, die haben beide auf jeden Fall eine Menge Spielerfahrung. Das schon, würde ich sagen, aber... Als wir da oben direkt vor mir in die Dings reingeballert haben, ich hab nur Header gefangen, als ich oben rumgerannt bin. Ja, ich maide sie mal. Mal gucken. Aber ja, ja, ja. Hätten sie jetzt noch 1, 2, 3, 4 als Namen dabei gehabt, dann... Dann wäre ich mir auf jeden Fall sicherer gewesen. Ja, das war ja nicht der Fall. Das ist halt das Problem mit der Spielerfahrung dann am Ende. Weil sein Maid hat mich ja gehört, wie ich mich auf dem Dach bewegt habe. Und wenn die dann noch miteinander quasseln, dann bleibt halt auch nicht mehr allzu viel übrig. Ich frag mich, wie er auf das hintere Dach draufgekommen ist, auf das hintere Haus. Der war ja ganz hinten auf dem Haus oben. Babblinghook. Ja, irgendwie so, ne? Also, das hat ja kein... Das hat ja kein Balkon oder irgendwas dergleichen. Ja. Irgendwie hat er das gemacht. Ja. Das hat diese Klasse als Standard-Reportor. Ich fürchte auch. Ich fürchte auch. Destin ist wieder mit dabei. Gab vor kurzem sogar Karakin. Wie? In der Rotation meinst du, wenn du das? So richtig? War das gut? Ja, hat Spaß gemacht. Definitivo. Und auch Robert. Ich grüße dich von Robert. Michael. Moin Robert. Und der Dritte. Und ich danke dir, Captain Caesar, für dein verschenktes Arbeit an Monster. ist der... Bald ist es VIP-Monster. Oder irgendwie so... Weiß ich auch nicht. Lass ich auch nicht zukommen. Ich danke dir auch, Mr. Neko Demos, für dein Stufe 1 Abonnement im 14. Monat. Danke sehr, danke sehr, danke sehr, danke sehr. Da müssen wir hin. Das falsche Gelände geschaut. Ich glaube, ich glaube, es ist drei. Es sind nur drei. Und ich danke dir, Markiavelli, für dein verschenktes Abonnement. Dankeschön, für die Nummer 18 an Braindor. Danke für das Starte des Hype Train. Das war eng. Jetzt haben wir noch geschossen. War wo liegt sie? Ich muss gleich mal daran denken. Oh, komm her rein. Hier ist die MP9. Nice. War wo liegt noch, ne? Naja, wollte ich mal. Komm, ich will wenigstens ne Weste haben. Komm schon. Weste. Oh, hier ist doch einer. Also ich hab keine, sagen wir mal so. Du bist dran vorbeigeströtzelt. Ah, jetzt. Und ich danke dir, Captain Caesar. Auch noch für ein verschenktes Abonnement an Crazy Tiger Lily. Hier werden auch zwei, wenn du was brauchst. Ja, bin gut dabei. Shit. Ein Team schon weg, ne? Perfektes Anti-Type. Ne, einer fährt gerade. Ein Nockelt. Ich geh über die linke Seite ran. Der meint leecht. Ich geh rechts rum. Ich geh außen rum. Auch geblendet, shit. Wir haben uns gegenseitig geblendet. Ist ja so close, oder was? So close. Ja. Müsst du bei gelb sein. Achso, auf deiner Höhe, ja. Ich hab aber keinen Bock geclincht zu werden. In Mitte des Geländes müsste halt auch noch einer sein. Ja, den kann ich mir dann vorknopfen, dann gib mir eine Sekunde. Ja, ich warte auch deswegen, bin ein, zwei Meter zurück. Ja, ich seh' ihn. Ich will ihn größer, als wir sie hier. Aber jetzt hier und der Helle, äh, hallo, Alter. Ich hab da ungefähr einen gesehen, eben. Direkt vor mir. Ich danke dir, Machiavelli. Äh, 399 Bits. Äh, Probleme. Ist das in deiner Richtung eigentlich noch beschossen? Seht grad hier keinen? Ich guck mal, ob er irgendwo zwischen den LKWs ist. Einen hab ich direkt noch bei mir. Einen genockt. Fast tot hier dran. Warte mal, ich hab noch bei mir. Ja, eine. Ja, sehr schön. Meiner war auch instant. Ja, easy. Ja, easy. Danke auch noch mal, Machiavelli. Noch noch Tim, Henry und Maximo. Willkommen zu dir, Michael. Ich hab hier noch einen geliecht. Ich glaube nicht. Was ist denn das denn hier? Ich leg dir hier einen Sek... Hä? Ja, ich sag dir doch. Was ist denn eine Schüssel? Was ist denn hier? Ist ein Vierfach? Der hat ein Vierfach drin. Ich brauch noch den komischen Bügel. Ansonsten... ...sieht schon gar nicht so verkehrt aus. Dann spielst du ja auch. Ne, ich hab ja zwei gefunden vorhin. Nice. Immer noch Ben. Oh, Blue Chip Transmitter. Oh, nice, nice, nice. Dann geb ich dir aber gleich. Ich glaub, die Chance, dass ich mich früher richtig etwas höher... Einer von den beiden bei dir hat mir auf jeden Fall noch gut den Rücken geballert. Ich dachte schon, zwischendurch das war's. Ich hatte nicht viel Leben. Ne, das war ich gewesen. Achso, ja, gut. Dann erklärt er das natürlich. Ich hatte schon Schiss, der checkt das irgendwann mal vor mir, dass ich... Also, ich war zwei-, dreimal auf jeden Fall ziemlich weit unten. Und ich danke dir auch, Machiavelli. Nochmal für ein verschenktes Abonnement, das der neunzehnte an Nigel. Na ja, war nice, ne? Hm, gefunkt. Die haben wir? Die haben wir. Guckt gut aus. Ich komm, Saulo. Ich komm. Ich brauch dringendst noch neuner. Ich hab 200 Schuss. 200 Schuss. Ich hätte auch die 11 spielen können. 230, na ja, wir spielen doch nur du. Also, für die nächsten... Gar keine Ahnung, ne? Bisschen was zu dreichen. Dann nimm mal den Plushy-Transfer damit. Ich... Ich hab fünf Koffer. Willst du einen Koffer? M-m. Hoffen hab ich nicht so viel. Jetzt mal. Hm. Ah. Machst du nichts. Hier, den hab ich vorhin angeschossen. Das war so ärgerlich. Der ist vor mir super offen zum Auto gelaufen. Und ich stand in dieser komischen... ...dieser komischen dreiviertelhohen Mauer, ne? Vor diesen Garagen. Da kannst du nicht drüber schießen. Aber du kannst gerade so drüber schauen. Das ist so ärgerlich. Ja, ich hasse es. Das gibt's häufig bei Popschi hier, ne? Oh je. Auch so manche Fenster. Und bis ich... Bis ich es dann geschafft hatte, rechts an die Kante zu laufen, war der natürlich schon im Auto drin. Aber so zum Ausweichen ist es auf die andere Seite tatsächlich gar nicht so verkehrt, ne? Dort hat er es eigentlich ganz gut gefunden. Die haben sich schön fertig gemacht. Die haben sich schön zugeschaut. Und abgesagt. Ich hab gar nicht gereilt, dass die direkt vor dir sind. Ich dachte, die werden halt verteilt halt irgendwo in der... ...in der Hood. Wo die anderen waren, wusste ich auch nicht. Ich hab nur gesehen, dass auf der Mitte des Platzes gekämpft wurde. Und halt der eine ist halt zum Auto gelatscht. Ja, wir haben ja auch nicht das Gefühl. Der ist ja doch noch gleich wieder reingehaut, in dem Auto. Ich danke dir auch, Robert, für dein verschenktes Abonnement. Davon gleich fünf Stück sogar. Abfallprodukt ist von heute ein Mitglied. Entschuldigung. Mein lieber Robert. Amontizio. Abfallprodukt ist von heute ein Mitglied. Oh, Mist. Hier in dem Auto. Hä? Ach so, ich dachte, du warst auch schon beim Zielen. Huch. Alter. Ich fang dich aus. Hey, gar nicht. Du hast zugeguckt, wie ich falle. Ja, klar. Oh, oh. War ja klar. Das sind die aber nicht. Schwein gehabt, ey. Ja, wir sollten doch gucken, dass wir woanders lang sind. Wir sollten mal den Wagen einraucheln und überzeigen, dann gucken, wo das woanders rumfahren. Danke, danke. Dafür, dass sein Dude geguckt hat und gar nicht gesossen hat, dass mich da sein... Alter, was ist denn mit dem? Mein Problem. Können wir weiter mit dem? Und noch GVC. Fahrzeug. Einen von denen am Stein genockt, der wurde mir geleasht. Man kann aber schwimmen, Max. Ist kein Problem. Red markiert ist einer dran. Der, der jetzt gerade schießt, weiß nicht, dass wir da sind. Ich würde auch sagen, wir versuchen zu schwimmen. Oh, ein GVC. Naja, jetzt wird der Bär nass, Micha, ne? Was denn? Achso, der Bär nass. Egal. Ich habe meinen Feuchner dabei. Bart latscht. Wenn du ready bist, sag Bescheid. Der heizt sich gerade. Sehr nicht. Jetzt. 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 Jetzt meintest du wahrscheinlich gar nicht, dass du da jetzt schießen willst, oder? Ja. Okay. Du hast nicht getroffen. Ah! Jetzt habe ich mir eine gefangen. Zu meinen Füßen easy peasy. Das sind halt immer noch zwei da hinten. Ich habe doch da einen von den beiden erwischt, und der wurde doch geliechelt. Crazy. Äh, ich... Keine Ahnung. Reicht Smurks? Ich habe noch eine. Das wird spannend. Aber ich würde sagen, wir gehen Richtung Osten. Wir müssen da passen. Klar, GeForce. Okay, wenn ihr jetzt hier gerne richtig schön unter die Nase reiben. Und überholt. Oh, dann haben wir jetzt auch ein Auto. Ah ja, ich komme mal mit. What? Auto kommt. Das sind die aber nicht von eben. Die haben immer noch auf mich gewartet. Nee, nee, die sind vorbeigefahren. Ja. Ich sehe sie, glaube ich, laufen. Ich glaube, die gehen bei sich die Straße hoch. Ist nochmal ein Polizeiauto. Aber keine Ahnung, ob hier was drin ist. Das quankt nämlich schon. Gibt es noch ein Dings. Was? Ich glaube, schon Zone 4 gleich stand. Ja. Ich bringe nochmal neun Hellen. Oh, toll. Easy. Meine Beste. Vielleicht sollte ich trotzdem... Zur Beisen wechseln. Wobei ist ein Beste. Buffer oben nochmal, falls du welche brauchst. Ich habe fünf. Danke. Brauchst du jetzt noch neun, ne? Dann wechsel ich die Waffe. Nö, 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 nö. Ich habe noch welche gefunden. Bin gut dabei. Schau mal den Wagen. 13 Sekunden. Buffer habe ich. Ich habe keine Buffer mehr. Gar nichts mehr. Buff habe ich auch nur einen über. Das Rote Eiken gefällt dir gut, G-Force. Rot macht mich im Chat super fertig. Weil Rot... Oh, oh. Der fährt nun zu mir hin. Keine Reifen mehr, oder? Ah, der brennt und hat zwei Reifen weniger. Anlaufe ich jetzt. Ich auch. Rot früher... Ähm, Rot ist... Im Superchat bei YouTube, die ne super, super hohe Spende. Ist es dann so rot hinterlegt. Deswegen ist es immer so... 1000 Rupees. Ja, genau. Genau. Ganz genau. Und das... Deswegen ist es immer so... Kickt halt immer so dem Augenblick so ein bisschen. Aber ich komme jetzt auch nicht allzu häufig vor. Also wahrscheinlich würde es sich irgendwann da nochmal legen. Ich danke dir auch nochmal, Klederschnacki. Für 100 Bits. Alter, ich habe so einen Brustmuskelkater. Das glaubst du nicht. Du hast wieder Brustschwimmen oder was? Nee, ich habe auf dem Bock geschlafen. Mit den Ladies heute Morgen. Hast du auf dem Bock geschlafen? Auf dem Bauch, meinte ich. Ach so, auf dem Bock. Gestanden. Davon kriegst du Muskelkater? Nein, das war doch nur ein Spaß. Ich hätte dir zugetraut. Das ist aber Brust- und Rückentag. Links und uns laufen sie. Recht offen. Schießt du? Ja, auf dem vorderen. Sagst du, wenn du bereit bist? Ja. Daneben. Hast du gesehen? Der andere hinter die Mauer. Nächstes Team rechts. Setzt du. Ach, im Haus sind sie. Zieh mal deinen raus. Das war's. Der Haustoot hat mich erwischt. Ich bin aus Essen. Bis gleich. Nee. Ach so, doch, doch. Doch, doch. Macht keinen Sinn mehr. Ich habe Denkfehler. Ich habe doch den Blutschip-Transmitter. Ach so. Ich hatte vergessen, dass ich dein Blutschip auch noch brauche. Ich baddere dich jetzt weg und hole dich instant wieder. Jetzt ist es langsam im Arsch. Ja, nee, lass das mal. Nimm dir den Koffer. Ich nehme doch den Koffer eh. Okay, lass dich doch nicht liegen. Und renn rein, meine ich halt. Mach ich auch gleich. Aber ich hole dich jetzt erst mal. Dann spiel ich mir das auf Zeit. Okay, 20 Sekunden. Es kann sein, dass wir gewinnen, nur weil ich einfach wiederkomme. Ist durchaus im Bereich des Möglichen, ja. Na, schon 10, meine Küche. Ja, mach mal. Das war's. Das war Banille-Banana. So wie er sich verhält, hat sein Mate wahrscheinlich ein Rewive-Kit. Ich hab nämlich auch meinen Kill noch nicht rein. Aber ich werd von denen, die wir hier erwischt haben... Ah, doch. Doch, doch. Okay. Schön, schön, schön. So, jetzt heißt es Koffer sammeln. Müsst du sogar noch halbwegs gehen. Hard, aber müsste gehen. Jetzt darf der nur nicht zurückschauen, sonst hab ich ein Problem. So geil. Guck mal, wie mich er da runtersegelt. Nee, der kommt da grad wieder. Der wird sich auch tierisch ärgern, den ich da erwischt hab. Der wird sich sowas von ärgern. Spaß am Lerk-Monster. Ist er da, Micha? So ist er da. Oh, ich hab mich gar nicht immutet. Moin. Ja, ich bin da. Ich räum mich jetzt halt grad von hinten auf. Sehr geil. Ich lauf unten links bei dir lang. Ich hab ein bisschen Midi-Stuff mit dem Korn. Die Halle ist jetzt frei. Frei. Die hab ich frei gemacht. Bei mir wird hier noch irgendwo geballert. Jetzt sind ja so ein paar. Ich muss nochmal zurück. Ich muss Hals... Ah, ich hab gar nichts mehr heilen. Bisschen Hals-Stuff kann ich dir geben. Ich muss jetzt rein, ey. Bisschen Hals-Stuff kann ich dir geben. Zwei-Knockled? Beim Auto müsste sich wahrscheinlich gleich eine wiederholen. Ja, ich kann nicht viel tun. Ich hab nix. Tja, ich kann auch nicht allzu viel machen. Noch eine Rauchgranate. Werd mich nach... Ach, gewaffert bin ich. Ich versuch's gleich mal weiter nach vorne. Bei dir ist was? Hm, zwei Leute mittlerweile. Nein! Und ich kenn mich selber. Ich kenn mich selber. Shit. Geht sogar noch. Aber ja, ich... Zwei Leute voraus aus dem Hügel. Und rechts auch nochmal was. Mist. Wenn du an mir vorbeiläust. Ich hab nochmal einen Koffer. Die hauen ab. Aber ja. Ach! Ärger, Leech. Ärger, Leech. Ärger, Leech. Da war nochmal einer links. Ich hatte einen Koffer dabei. Links, hartlings, hartlings am Baum, hartlings. Ja. Hat ja nix. Ich hatte mich... Ich dachte wirklich, dass die... Dass einer von den beiden Self-Regard-Kit dabei hatte oder so. So sah das halt eigentlich auch aus. Aber es waren zwei Teams. Und zwar jeweils ein Genockter. Und die krabbelten beieinander rum. Ich bin da gelandet. Hab ne MK gefunden. Was? Der Typ kam dann um die Ecke. Ich guck ihn an. Er guck mich an. Okay. Dann genockt. Dann kam sein Dude. Er sucht. Er sucht. Er sucht. Und den letzten Elfschuss hab ich auch noch erwischt. Das war echt witzige Situation. Aber siehst du... Haben wir nicht weit in der Küche. Muss nochmal weg. Mach mal, mach mal. Aber was hat's gebracht? Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, oder? Ich nämlich auch so. Alles Cheater. Eindeutig. Eindeutig. Wie brauchen die heute recht lange, um uns umgekehrt zu finden? Das war letztes Mal auch schon der Fall. Entweder die haben irgendwas geändert am Matchmaking. Ich hoffe es sehr. Dass wir was an der Ping-Obergrenze gedreht haben oder so. Das wäre schon nicht schlecht. Oh, ne? Oh, ne? Schöne Meppos. Ja, eigentlich müsste ich pinkeln. Das Problem. Das ist das Problem. Und zwar eigentlich auch schon relativ lang. Aber ich würde unbedingt pünktlich anfangen. Ich saß hier und dachte mir, ach, gehst du nochmal? Und dann ist aber genau 17 Uhr. Oder 17 Uhr. Ja doch, genau 17 Uhr. Jetzt ärgere ich mich so ein bisschen. Aber da macht es halt nichts. Das Laufen sieht ja keiner. Weißt du, wie viel Technik unter mir drunter ist und irgendwas dergleichen? Das ist mein PUBG-Partner-Fragen. Die wissen sowas immer. Ja, naja. Aber nur die guten Griffin. Nur die guten PUBG-Partner. Ich bin ja gar kein echter PUBG-Partner mehr. Ich bin nur noch PUBG-Partner ehrenhalber. Ja. Micha hatte... Funk-Kopf-Hörer, wie man hört. Oder er hat... Hab er mich wussten gehört? Ja, oder du hast mies ein Fahrrad. Ich hab mich voll verschluckt. Ich hab's ja gehört, ja. Und? Geht's wieder? Weiß noch, jetzt kitzelt noch ein bisschen. Am Gaumen. Ich sag nicht was. Mhm. Hallo. Oh ja. Hallo. Ja, doch einige. Oh, wollte schon grad sagen, niemand. Ist es ja. Ich hab's mitgekommen, oder nicht? Ningen, man hat einen Landen gehört. Super viel, der Nutzungsweise. Hm. Nichts gehört. Moin o' Miro-Chan. Ja, der Griff hätte ich noch. Ja. Ja, drüben ist auf jeden Fall was. Ja, Tür ist offen. Ganz, ganz links an den Gewächshäusern. Ballert. Soll er geschossen. Der Start, guter Start. Hm. Bleibt der stehen! Jetzt werden ja, jetzt werden ja, jetzt werden ja hier doppelt genutzt. Ach, Mann. Statt, der hat dich auf dem Radar. Hast du einen Koffer? Spritze kann ich dir geben. Ich hab nur Buffer. Spritze oder Energy. Ah, ne. Ich lieber die Spritze. Alles klar. Ich bleib lieber mal nach vorne erstmal. Einer haut nach hinten ab. Wahrscheinlich der, der dich abgeballert hat. Ah, ich geh aufs Dach. Bringt nischt. Oh, der nach, vor, zum Vorgelände oder in den Wald? Ne, ne, Vorgelände. Muss ich mich aufhören, kann ich hier auch nicht, äh, draußen stehen. Eigentlich. Der ist von rechts gerade nach links gelaufen. Hinter die beiden Häuser. In die Halle neben uns. Das ist, das ist, glaube ich, so. Alter. Hat der vom Dach geschossen? Der ist auf den, die sind auf den Dächern von den Gewächshäulen noch, hinter den, äh, Dings. Ah, okay. Okay. Fuck, der Schuss war eigentlich nicht so schlecht. Hinter dem Haus. Ein Team ist vorn raus tot. Ist hier da auch noch was? Hinter gelb, hinter gelb müsste noch was sein. Im Rauch, glaube ich, nicht. Ja, genau. Die Mauer, die hinter den beiden Häusern langläuft. Da müsste auf der hinteren Seite noch was sein. Ich habe gerade den quasi so ein bisschen dazwischen gefunkt. Auf den Gewächshäusern. Ja, die sind wir da runter. Direkt bei Blau. Bei dem blauen Haus vor uns. Oh ja, okay. 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 Ist der Vector Boy den letzten vielleicht erwischt? Ich glaube eigentlich nicht. Eigentlich müsste es da noch einen geben. Es ist durchaus möglich, dass er den letzten vom anderen Team erwischt hat und ich ihn dann abgeballert habe. Ja, aber zu zweit, ne? Auf dem Gewächshaus eben, als ich es angesagt habe. Nein, nein, die sind noch da. Als ich es angesagt habe. Die sind noch da. Ja, ist hier ein? Meiner ist hier. Nicht. Seid ihr sie pushen wollen? Ich habe nur einen gesehen. Ja. Es sind zwei. Ging es auf dich? Nee, aber es sind zwei. Heimgeschossen. Von wo hat er eben geschossen? Hier haben wir einen Stein noch. Hinter uns. Naja. Keine Einsicht drauf. Wirklich, ich habe bis jetzt von dem hinter uns bei Gabe nicht geschossen. Irgendwie ist er auch nicht mehr da. Zwei vor uns jetzt. Beide in dieser Ecke? Ja. Hast du doch gesehen? Scheiße. Du hast schon mal in Ocult, ne? Ja. Ach, Mann, ey. Hast du noch eine Spritze? Nee, aber ich habe außerdem jetzt meine Waffe gibt's. Hör auf zu looten. Hör auf zu looten jetzt und hol mich hoch. Kacke. Energies. Oh, hier liegt ein Karabiner. Ja, das ist meiner. Ende weg. Ja, Energies liegen hier noch genügend rum. Das passt. Was bei uns, ne? Ja, bei mir. Oh, so, ne? Das wusste ich nicht. Der hat gepulscht, der mich genockt hat. Das ist von mir drin, ne? Scheiße, ich bin jetzt. Das ist gegen die anderen jetzt. Spann. Spann. Ich will ihn eigentlich gar nicht töten. Fertig gekillt, ne? Aber ich hätte ihn halt gebraucht. Gegen die anderen. Kommst du doch mal wieder? Ja. Ja, Minute noch. Ist er noch dahinter oder nicht? Sagen wir noch ein bisschen in der Zone. Könnt gehen, ne? Hätte mir jetzt geholfen. Keine, Nate. Ich kann hier bis zur Brücke und dann einfach durchgehen rein, Theoret. Wie lange dauert es, bis du in der Dings landest? 17 Sekunden. Oh ja. Oh, shit. Kommt. Kommt. Schade. Der war da. Schade. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt gelootet habe. Hier ist die Nate, ich glaube es nicht. Ja, wo ist sein, Mate? Wenn der rechts rumgezirkelt ist, bin ich am allerwertesten. Wir werden es gleich rauskriegen. Bin ja da. Okay. Ah, ich noch nicht. Wo soll ich landen? Soll ich hinter denen landen irgendwie? Ja, auf der anderen Seite der Brücke am besten. Achso, ich meine hinter denen jetzt. Dann nehme ich und dann Steins. Ja, genau. Warum so? Scheiße. Nächstes Problem, ich habe gar kein Mediastuff mehr. Ah fuck, ich habe F gedrückt. Arg. Das Rennen. Na, ich brauche auf jeden Fall. Ich habe Timing verpasst. Ich musste das hier oben los. Liege ich dachte, vielleicht fliege ich von unten halt noch Zeit. Schnell ist er ja. Aber ich bin tot. Das ist meine letzte Chance. Ich war doch niedrig. So eine Kacke. Das war so eine gute Posi. Ja, ich bin weg. Werde ich easy haben müssen. Doch er sieht mir nicht, weil ich geduckt war. Naja, gut. Damit bin ich definitiv raus. Okay. Scheiße. Ach. Elendig. Das war so schön. Boah, ärgert mich das. War so gut. Moin Oliver. Das hat so gut perfekt, so gut funktioniert. Damit habe ich überhaupt kein bisschen gerechnet. Den abgeballert, sein Medi-Stuff genommen und ich wäre wieder im Rennen gewesen. Ach, Mann ey. Er nutzt nicht, glaube ich, mal die Sekunde, aber geh kurz pinkeln. Jop. Das heißt, du bist alleine. Erzähl nicht zu viel schmutzige Witze. Kann ich nicht. Was? Bis gleich. Jop. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Na klar, na klar, na klar Level 2 Und Level 15 Und der weiß, wie man einen aufhebt, alleine deswegen Niemals, niemals Ich meld, ich meld jeden unter Level 50 Egal, was er macht Aus Prinzip Moin noch Scribbo, Moin noch Master Lacta So So schön taktisch am Arsch So schön Und dann hab ich's Verdaddelt, wie weiß ich nicht Wie ein echter Level Ich muss mal sagen, die hatten dich taktisch am Arsch Die haben's auch gut gemacht, aber ich hab's halt mitbekommen Und wie gesagt, wenn dir den einen dann direkt angelaufen Mich farschst du nicht Aber, naja Ich hab's gefühlt Ärger mich halt grad'n bisschen Dass ich mir bei Kaufland kein Bier mitgenommen Weil ich vor zwei Tagen oder so da war Die haben jetzt nämlich Standardgemäß Richtig geiles BrewDogs-Bier Aber Ich dachte mir Nee Ja, BrewDogs ist so Achso, Craft-Bier Die haben Das ist so ein Komplett-Ding Die haben immer so ganz große Eine große Brauerei Und da kannst du dann aber auch essen Und ziemlich geil essen Und die machen halt ziemlich gutes Craft-Bier Ja, wenn man's mag Ja, die machen so ein Komplett-Event-Ding draus Du hast Das ist eine Riesenhalle Und in der Halle hast du dann noch so Über Billard Über alles mögliche Alte So alte Spiele-Konsolen Und so hast du da auch überall rumstehen Und so eine Gaming-Automaten Und sowas Also Machen das schon richtig Ja Und die werden irgendwie Sind sie zumindest jetzt so weit Dass du selbst in den normalen Supermärkten Immer mal wieder auch deren Bier schon rumstehen Ja, echt BrewDogs B-R-E-W D-O-G-S Okay, nie gehört Ich weiß, es ist regionales, ne? Ja gut Will ich wahrscheinlich auch nicht Will ich wahrscheinlich auch nicht aufhalten im Laden Nö, nö, nö Guck ich ja nicht nach Außer Neues Das ist mir aufgefallen Ist nichts bei uns Kann sein Fäll sich zumindest Nein Also in Hamburg muss es auch geben Muss es das auch geben Weil Joka kennt das Und er mag das auch Erstes Item Selbst ID Oh, weg da Geil Machen noch Futter Was zeige ich über Greyzone Warfare Greyzone Warfare Gespür? Das ist doch dieses komische Ding Da im Was für ein Im Wald da beginnt Begann Das nicht funktioniert hat, oder? Nee Das war was anderes War Direct Contact Das weiß ich vor ein paar Tagen gemacht hab Ja Greyzone Warfare Achso, ja Aber das kommt ja erst Das kommt ja erst noch raus Ist ja nicht da Hat aber auch kein Beta-Gedöns und so Ich bin auf dem Discord Ich warte ja nur drauf Bis sie sagen Von wegen Close Beta-Gedöns Geht irgendwie los Also cool sieht's aus Aber man muss halt gucken Ist halt auch wieder Ein recht ambitioniertes Projekt Und dementsprechend Wird's nichts Ja Naja Müssen wir mal gucken Smilesbier Smilesbier ist auch ganz lecker Mhm Aber sobald ich Greyzone Irgendwie In die Finger bekomme Werde ich es natürlich auch Aus spielen Ja genau Dort kommt erst noch Ich kenn's bis jetzt Nur unter den Namen Greyzone Deswegen hat mich das Mit dem Warfare Dahinter Eher so ein bisschen Verwirrt Und noch eins Das heißt Die 3 T 3 3 B Oder irgendwie so Hat so einen ganz komischen Namen R2 D2 glaube ich 3 3 T T B Hast du gerade jetzt ABC Ja Ja Ungefähr Hast du gerade einen Griff Willst ein MP9 Hast du schon einen Schnee spielen MG War eine verkehrte Welt Oh Schön oder Skrrr Skrrr Karabiner hast du auch schon Ja Ja das ist weiter oder Mir fällt noch das MP Magazin Aber Nicht so schlimm Schau mal Auch nicht hier Hast du hier schon drin Vielleicht können wir da noch reingucken Ja Da war ich drin Hast du das B von denen auch schon in Dubai gesehen Joka meinte auch letztens Es kommt ursprünglich glaube ich aus Schottland Aus Dubai Ja aus Brauchst du noch Magazin für dieses MG Nee Faktisches Nee Uni eigentlich Pro Teil nur 180 googeln 20 zum Nachladen ist irgendwie ein bisschen schwer Mau Joka meinte aus Schottland oder so Kommen die Randfall Fünfer habe ich Hm Ist ein Fünfer zumindest Das habe ich schon mal gefunden Also Greyzone Warfare steht auf meiner Liste Aber volle Kanne Hast die Frage was nicht auf dieser Liste steht Im Zweifel ne Ja auch den Rotz Den ich gestern gespielt habe Ich war ein bisschen enttäuscht Dass du aufgehört hast Ja dachte ich mir Ich verstehe es aber auch nicht ne Was meinst du Wenn es so gefühlt 50 Der letzten In Anführungszeichen Irgendwelche Horror Games starten Das ist für mich immer der gleiche Rotz Das ist halt so schade Weil ein gutes Horrorspiel Ist halt richtig geil ne Wie gesagt so das Visage oder so Habe ich so gerne gespielt Und das war so cool Aber hier ist es irgendwie Weiß ich nicht Die letzten 10, 12 Was ich gespielt habe Fast alle immer irgendwie nur Ja irgendwie gute Ach du bist so Gute Story So ein bisschen Die müssen sich da einen abkaspern Die müssen doch einfach Nur so ein bisschen Mit den Ängsten halt spielen Aber das machen die irgendwie nicht Also die müssen Ganz viele Fräsche Einbauen Fräsche in freier Natur Das wäre mein Kropptonier Raustenlegert die Bewertung Eine positive von Max Aber komm Nachts Wald Taschenlampe Weißt du so ne Sachen Alleine schon Nässt du da irgendwie noch Ein paar Sachen durch die Gegend So ne Sachen Oder alleine Wasser Schmeißt jemand mal bei nachts Ins Wasser Und dann hättest du Irgendein böses Wie Da mit unter Wasser Noch dabei oder so Es sind doch alles so Du kannst ja auch Tausend Vorlagen Guckst dir ein paar Filme Alleine hast du eigentlich Genügend gute Filme Musst du nur die Story Ein bisschen nachbauen Lackte Kanone Sexwreck Aber ja Das ist irgendwie Man Die Gefühlt bleibt es immer So extrem oberflächlich Die die Oh Hallo Ich mitbekommen Wurde gloutet Wurde gloutet Wurde gloutet Wurde gloutet Wurde gloutet Mal rein und rund Wurde ist es Was sagen wir für dich Das nehm ich mir echt Achtfach liegt noch ne Oh Das nehm ich Willst du ein Vierfach Naja Hab ich schon Dann nehm ich das Vierfach sogar wieder mit Weiß beschadet Ohja Pass Ah Jetzt aber schnell Cool Habe ich Pine View Spiel Pine View Drive Ist ja auch nicht Sagt mir jedenfalls nichts Ich will eher raus aus der Zone Hier das auf dem Boot Dieses Lazarett zum Beispiel Das fand ich gar nicht so schlecht Das Problem war halt Das die Demo genauso gut war wie die Hauptversion Also die Demo fand ich geil Die Hauptversion hat das irgendwie kein bisschen getoppt Das war eher so ein bisschen traurig Das waren ja irgendwie auch gefühlt nur doppelt so lange wie die Demo selbst Und was großartiges passiert ist dann ja dann irgendwie ja trotzdem nicht nochmal Aber das war prinzipiell gesehen gar nicht so verkehrt Die haben es sogar geschafft dass sie mich ein paar Mal erschreckt haben Also im Indie-Bereich eigentlich hauptsächlich Visage Und da ja auch nicht mal alle Kampagnen Weil das Ding mit der alten Oma damals Meine Güte das war eklig Mhm Pine View Drive ist es sagste Okay Kriffriff Weißt aber schon ne? Wenn ich das jetzt mache und mich nicht grusle Mhm Zehn Dollar kostet es Hat geguckt Auto links Ich bin hier Ich bin hier Danke Ich hatte... Hatte ich ne? Ne ich hatte ein Self-ID hatte ich dabei Das kannst du zumindest mitnehmen Wie war das hier? Kommt man hier Achja die Station Ja Ich hole dich gleich Also Hier habe ich Eiskalt überfahren Ich war gar nicht bereit für irgendwas gerade Höpflich war ich es auch nicht Ich habe die mal gedöns markiert Na Wo noch die da? Mal so lange mal Pine View gedöns an sagt Pine View Doch Pine View Zusammen Pin FF Pine View Pine View Drive Es hält 4 Spiele? Und sie sagen es ist ausgeglichen Fängt ja schon mal gut an Bei 4 Players auf 40% Griffin Griffin L3-3-T Zicke auch nicht Was sah ganz witzig aus Aber ist egal Wie gehen wir zurück? 185 Sekunden Also ist noch ordentlich Zeit Sieht nach einem Troll aus Finde ich auch Why do you care? Ich glaube Griffin trollt Bin mir ganz sicher Ja Leider kam ich 3 Sekunden zu spät Du hast jetzt wieder gekommen Hast du schon Ich habe mir aber auch duselig angestellt mit dem MG Ich hatte erst gedacht die fahren an uns vorbei Und wollte schön schnell sein Dann sind sie direkt auf uns zugefahren Und habe ich auf der Hüfte erstmal nur so drauf geballert Dann hätte ich wieder versuchen können sie rauszuschießen Also war irgendwie Köpflig war ich gefühlt immer eine Sekunde zu spät dran Ja Ich habe auch erst ein Magazin drauf gedonnert Hab den nicht erwischt Dann stand ich ja vor denen Die hätten mich 10 mal abknallen können Die haben jetzt doch nicht gerafft Dass ich aus dem Auto kam gerade Ja ich würde hier bleiben Tatsächlich dann kannst du nämlich dein Zeug wiederholen Ja mach mal Moin Moin Fischbüder Ja Wo war noch Freddy Meine Settings soll ich jetzt eigentlich zur actual Freddy haben Die sind super unspektakulär Also ja ich spiele mittlerweile auf 4K Randlos Alles auf Mittel Nur Texturen sind auf Ultra Rennlos 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 Schärfen deaktiviert Ist aber alles glaube ich Standard Ich spiele im Endeffekt Standard auf Mittel Nur Texturen habe ich mir auf Ultra geschraubt Rennlos Skalierung musst du auf jeden Fall auf 100 Stellen Das ist immer so ein Ding das sie Ganz gerne am Anfang immer dir nicht Da stellen sie glaube ich 75 ein oder so in Spaß Das ist ganz komisch Aber ja Aber wieso War gerne Das ist auch meine Einstellung mit der ich eigentlich schon immer spiele Nur halt mit der Auflösung bin ich halt immer wieder jetzt weiter hochgegangen Ah da juckt so eine Pfoten ich sehe es doch Ja aber ich will warten das bringt ja nichts Die halten unten Das ist eigentlich eine saugeile Waffen Kombination Hier sind es gerade so viele Liege halten? Ich glaube die sind bei den Berg hoch Ah glaube auch Es bildet sich an haste deinen Loot nämlich sofort wieder Ja Ich danke dir Freddy Für dein Prime Abonnement im 18. Monat Hey ich komm wieder Ich hab das markiert Sehr weit im Vorfeld und wie rausgeschmissen Kommt ein bisschen dauern bis ich unten bin Bisschen sehr lang Warst du nicht mehr? Soll ich dich abrollen? Ja müsste gehen Hast du ja noch ein Auto ne? Ja ich komm mich abrollen Achso ja okay dann spring ich wirklich woanders hin Ich fahr jetzt straight auf dich zu Ne 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 hier müsste auch noch mal welche sein Wir können es vielleicht hier versuchen Da fährt ein Auto gerade dran vorbei Noch ein Auto fährt hier Wird langsamer Könnte sein dass sie vielleicht versuchen mich abzufangen Oh Scheiße Oh ist alles gut Ist jetzt eh jetzt viel Traffic Naja überall fahren Autos durch die Gegend ich spür das schon Willst du nicht mehr zurück? Ne 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 ich glaub nicht Wir haben auch schon ein paar Kleinigkeiten durchaus gefunden Einem G Ja 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 Also für Glück hab's mir aber auch nicht gebracht Ich bin wieder halbwegs Einsatzbereit Das ist nicht gut Verspende Was ist das? Was ist das? Waaah Ich danke dir Das heißt ja immer wieder Ich danke dir Ich danke dir Für deine Spende Moin, Moin, ihr schießwürdigen Ratraden. Unverkennbar, unverkennbar. Ich spiel jetzt nochmal ein, ich spiel jetzt nochmal ein. Ich danke dir. So geht das, so geht das. Ich dachte, das war anonym. Ich mein, wer soll das denn sonst geschrieben haben? Ja, bei dir. Könnte sein, dass da rechts ein Auto gerade reingerollt ist. Habt ihr dann auch ein Auto stehen lassen? Habt ihr gerade stehen lassen? Ja, Cesar. Zwei Leute. Schön. Schön. Danke sehr. So. Uh, nächstes Feed über die Links. Was? Hast du deinen, ey, oder? Ne, ne. Den anderen leider nicht. Wir sind in. So. Nice. Oh, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Wir haben ein paar Koffer. Der hat noch ein paar Koffer. Geber der Gesellschaft aber. Nicht, dass ich wüsste. War noch Svenner. War noch Nase. Das Auto nehmen sollen. Ich habe sieben Koffer dabei. Wie viel hast du? Sechs. Ah, das kriegen wir easy. Ja, aber das wäre natürlich besser gewesen, ne? Direkt laufen. Rechts lang kann man nicht, bisschen links lang. Zwei Leute rechts. Mhm. Albe Deckung haben wir hier vorne. Albe Deckung. Waffe habe ich viel. Noch sechs Koffer. Koffer passen auch noch. Es sind noch vier Stück oder so jetzt. Hast du Waffe? Äh, ich habe acht. Dann machen wir mal sechs. Äh? Ich? Hast du 14? Überleg. Nee, ich überleg nicht. Steht mir gar nicht. Wir müssen wieder weiter, ne? Links für uns ist halt auch noch mal was, ne? Ich sehe noch mal ein Auto. Das Auto, das da kreist, versucht er auch die ganze Zeit schon zu halten. Ich sehe sie. Die haben mich auch gesehen, glaube ich. Am Haus links. Ja, ja. Ja. Mhm. Schön. Geh direkt zur Zone. Ich denke mal hier drin. Ja, ganz sicher. Nehmt Popp ist geballert. Lebt er noch? Er lebt noch, ja. Okay. Das sah nämlich ganz komisch aus, wenn... Ich habe oberhalb noch... Äh. Nee, der ist tot. Okay, siehste. Das sah nämlich ganz komisch aus, wenn ich den Fuß. Okay. Da ist doch noch einer drin, der lebt. Abnades, wir können ein bisschen näher ran. Ja, aber da war noch oberhalb was, glaube ich. Ja. Ja, ja, ganz sicher. Die laufen hier gerade an. Hier auch. Ich schließe auf den hinteren. Das sehe ich nicht mehr. Bei Gelb. Der unten hat einen wieder drin genockt. Gelb hat einen Header. Aber Gelb lebt noch. Er zeigt sich leider von mir aus gar... gar nicht. Jetzt läuft der, glaube ich. Mist. Hier unten hat gerade noch eine SVD geschossen bei uns, ne? Mhm. Gehört. Ich glaube da. Die Richtung könnte durchaus passen. Ich sehe da auch einen. Oh, hab ich auch gesehen. Ja, das ist er. Wo ist er? Links, rechts? Links von deiner Markierung. Ich hab ein bisschen Rauch gesammelt. Keiner. Der läuft auch irgendwie. Aber nur von rechts nach links. Nichts. Nee. Äh. Nö. Tipp uns. Da. Zephyr ist dran, Zephyr ist dran. Zephyr ist immer noch drin. Ja, ja. Noch drei Leute. Immer noch hier oben auf jeden Fall. Einer läuft das Ding oben an. Gut angeschossen. In dem Ding drinne, oder? Dahinter. Hab ich einen nockelt? Gelb ist immer noch einer drin. Ja, ja. Müsste fast weg sein. In dem gelben Ding. Ab innen. Uuuuuh, schön. Aufgeteilt. Ja, richtig. Richtig viel gefühlt habe ich jetzt den Grund aber auch nicht gemacht. Ich habe gerade mal zwei Kills gesammelt hier. Ja, aber wichtige. Zum Sieg. Irgendwie so, irgendwie so. Nicht schlecht, nicht schlecht. Braut wird auch geregelt. Hinterschlaf, vorbei. Auch Lucy... Ne, 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 ne. So, aber gar nicht erst anfangen hier. So, jetzt, ich will mal eh mal kurz schauen, was jetzt hier mit dabei ist. Erangel, Taego. Oh, da wissen wir ja. Candy, Destin und Rondo. Nur große Maps. Nur große Maps. Nur große Maps. Die schmeißen irgendwie mittlerweile recht häufig irgendwie die kleinen raus, ne? Ich glaube, die letzten... Irgendwas haben sie da gemacht mit dem Update letztes Mal. Haben sie irgendwas geschrieben. Also die letzten drei Rotationen oder so gab es so gut wie keine kleine Map. Also es ist das zweite Mal jetzt als Ziel, dass gar keine drin ist. Und einmal war, glaube ich, nur eine einzige drin, nämlich Karakin. Das habe ich nämlich gespielt. Oh. Oh. High Contrast. Irangel. Ich danke dir, Stebo. Für dein Primer, Brumau. Danke sehr. Für sage und schreibe zwölf Monate. Ganzes, ja. Hm? Hast du das im Kopf schnell gerechnet? Krass. Die vier Influencer sind alle gar nicht so doof, wie man immer sagt. Wie soll er aussehen, meinst du? So, ja, so. Oh. Oh. Ach so. Oder den hier. Ah, das gefällt mir. Das gefällt mir auch. Mach mal. Auf mich wunst. Wie kommt der denn jetzt in meine eigene Energy? Uh. Ja, ich sag dir heute mit meinem Energy-Beer-Mimi. Kein Koffein? Kein Zucker? Kein Tauring? Mate-Tee wahrscheinlich irgend so was. Könnte ich mir vorstellen. Ja, so Mate-mäßig. Ja, genau. Mate mit geilem Haferbier gemixt. Und dazu so ein kleiner Schuss Koske-Kowa-Salviaki. Das ist klares Wasser, ja? Oder so. Aber Lackritz... Ja, aber Lackritz... Ja, aber Lackritz wird ja keiner kaufen. Problem. Lackritz-Lackritz vielleicht schon. Ja, ich glaub, es ist sehr begrenzt an Personen, die das mögen. Ich glaub auch. Im Endeffekt ist es auch nur Wodka, ne? Also, eigentlich ist es nur Wodka mit Lackritz drin. Ne, ich... Ja, gut, ich mein jetzt Salmiag-Geschmach, ne? Mögen nicht sehr viele. Hm. Ich schon. Ich dreck vor mir einen. Und keine Waffe. Das ist das Spiel. Auf jeden Fall vor mir im Haus. Nach links sind zu den anderen Reihen, wir laufen zu den anderen beiden. Na nicht? So da weg, wenn nicht, komm jetzt zurück. Warte mal kurz. Sehr, sehr close schon. Ich komme. Wir laufen auch schon. Ich hab einen gesehen. Letzter Haus vor dir. Links. Das erste Haus vor dir. Links, meine ich. Ja, siehst du? Scheiße. Dreck. Ich hatte sie beide vor mir. Hm. Schal, dass dieses kleine Haus nicht angegangen sind. Mega Anti-Timing. Vielleicht werden wir trotzdem die glücklichen Dritten. Nur den Keller, glaube ich, kaputt gemacht, ne? Keller Tür. Frisch dir. Warte. Bordens. Hinterblau auf jeden Fall. Koffer kann es dir geben. Einen würde ich nehmen, ja. Keine Weste, aber vier Koffer habe ich bekommen. Steps, rote Haus. Dritten, die mich jetzt gar nicht gehört haben. Ja, sind drin. Jetzt kommt was rum. Wackelt. Wackebe ich mir? Er ist genau ein erkannte Walter. Was ist hier? Er hat mich knockelt. Ich habe ihn getroffen. Er heilt sich. Er kommt. Nee, er heilt sich nicht. Schön. Das andere Team. Keine Weste, da taut halt echt übel rein. Und da noch so eine AK, die tut dann gleich doppelt und dreifach weh. Mein noch. L. Spielerausch. Ich gehe mal den gleichen Weg zurück, um zu gucken, ob da was irgendwas kommt. Hm, nochmal. Nee. Wollt erst mal passen. Mann, aus Sam Hawkins. Bisschen, was habe ich da born? Vor allen Dingen Mediastuff kann ich dir ganz... Wie weit schon? Ich glaube schon, einen vor mir gesehen. 10 Meter vor mir. Meine ich, einen Schatten gesehen zu haben. Überhaupt nicht sicher. Warst du was? War nix. Kann mich auch getäuscht haben. Das war so im Augenwinkel, so ein Schatten. Ich gehe ins Haus. Nee, du hast dich nicht getäuscht. Der ist weggelaufen. Der ist noch hinten weggelaufen. Okay. Puh. Weißt du was? Wir müssen auf die Insel. Wollen wir einfach rausgehen? Nee. Vielleicht kriegen wir danach nochmal herange. Ich bezweifle es. Du hast keinen Rucksack. Ja, ich habe doch... Ich habe einen ausgelootet. Dann nimm von dem zweiten wenigstens einen Rucksack mit. Ich könnte versuchen, eine große... eine große BG zu schlagen und... quasi die hinten rum anzulaufen. Ich würde es versuchen. Ich renne mal. Und schon, schon. Es ist schon ordentlich Hülchen geregnet. Ja. Wir haben wirklich schon gewonnen. Oh, wir hatten das jetzt eigentlich recht coole Runden. Ich glaube, gewonnen haben wir sogar nur einmal. Nee, zweimal. Zweimal. Am Anfang relativ und eben. Ja. Genau. Ich kriege bei dir Häuser. Erste Runde, genau. Da habe ich... Habe ich nicht gewonnen. Da war ich ja noch alleine. Dann kamst du dazu. Dann haben wir, glaube ich, sofort gewonnen. Und die letzte Runde haben wir, glaube ich, gewonnen. Genau. Du mit acht Kills. Ich mit zwei Kills. Ich meine andersrum natürlich. Andersrum. Irgendwie so. Seh, gar nichts, ne? Keine Bewegung. Unten aber Richtung... Können auch weiter sein. Unten Richtung Halle wird geschossen. Gieß es aber. Das könnte aber auch alles noch sein. Ich laufe jetzt links über die Küste, an der Küste entlang, denen entgegen. Da bin ich schon bei dir, mehr oder weniger. Nice. Ich moin auch, nobi. Aber nicht gut ausgestattet. Den geht sogar jetzt halbwegs. Hat noch das eine oder andere Aufsatzsinn für die... Tja, 80 Schuss Thompson habe ich dabei. Ah, die zwei. Ich habe schön stehend an einem da vorbeigeschossen. Die pushen die Halle. Ich werde direkt ein Querschläger von sonst wo. Oder warst du dort? Nicht schnell. Was hat mich denn hier? Das ist jetzt hinter der Mauer laufen. Und an der Halle läuft einer weg. Nein! Einer ist rechts zur Halle aber noch ran. Ja, das ist ein Dude. Der ist wieder zurückgelaufen. Der wollte den holen gerade. Denke ich mal. Der hat auf den geschossen. Ich sehe ihn. Hit. Bein-Hit. Wir haben jetzt ein paar Mal mit dem Karabiner gerade übel daneben gezwebelt. Noch ein Hit. Noch ein Hit. Oder schießen eine Leiche kann ausfallen. Nee. Irgendwas habe ich erwischt. Instant, ne? In der Halle auf jeden Fall aber noch. Ich weiß nicht, ob ich was nur geleached habe. Das sah fast danach aus, als hätte ich nur was geleached. Ja, ja. Hier ist noch was dran. Oh, jetzt nicht zu nah beieinander. Jeder weiß, ob Felsen schlägt die Red Zone nicht ein. Fels in der Brandung. Willst du mal aufhören jetzt? Wart? Wie? Wart? Achso, ja, ja. Okay. Ich schätze mal, da ist ein Ball gelb drin. Und halt noch in der Halle. Dann ist es noch komplett über die Brücke, ne? Wir müssen uns zur Brücke durchtanken. Nicht mehr raus, aber ich habe ganz... Oh, nein! Ach, Mist. Jetzt muss ich nochmal zurückgehen. Da gibt es halt einen Aufstieg, ne? Ja, ja. Trotzdem ärgerlich. Da ist es sehen, jetzt kommt er raus. Natürlich! So ein Kack. Einer von den beiden rennt zur Halle. Ja, ich würde sagen, wir nutzen die Chance, ne? Ja, ich versuche einfach, nicht nochmal runter und so. Ob ich es jetzt eigentlich laufen kann. Ich sehe erstmal niemanden. Ich stehe links an dem Treppengalender. Ja. Das ist ja auch extrem ruhig, so generell, ne? Gewesen jetzt. Keine Autos gehört. Dass hier generell ja noch keiner rüberfährt, ne? Dass die hier noch Verbände liegen, zumindest. Oh, jetzt kommt Auto. Die haben den Einzelnen noch erwischt. Naja, die kommen. Ne. Nein! Okay, bei mir ist einer. Ich habe ganz schön lange gewartet. Linke Seite, nächste Treppenaufgang. Sieht das von hier aus? Ich glaube nicht. Linke Seite, nächste Treppenaufgang, ja? Genau, ja. Ich sehe ihn jetzt nicht mehr, ne? Da hat er mich erwischt. Der springt so zwischen Treppe und Brücke, scheinbar. Er ist immer noch... Ne, er guckt noch auf mich. Auf jeden. Oh, wie mich erschreckt. Okay, er hat auch einen Mate. Auf der anderen Seite war auch einer. Ich habe die ganze Zeit versucht, so drunter so ein bisschen so durchzugucken, ob ich den irgendwo da sehe. Und dann verleid er mich oben noch mit ab. Da habe ich gar nicht mehr mit gerechnet. Ja, ist schade. So schön, da kann er gestartet. Moin auch, Ellie. Moin. Ich ist ja die Schuldige. Oh, guck mal, richtiges Wetter. Kränk. Was macht der Vergaser? Guck mal, da kann ich direkt wieder hinschwingen. Echt mal austreten, ey. Willst du machen? Austreten. Ich muss pinkeln wie ein Pinguiner. Oh. Was geht los? Hm? Die, die da gekillt haben, die jetzt da mit uns gleich drunter springen, sollte es eigentlich genug Zeit haben. Ich loot dann entspannt ein bisschen weiter, solange du weg bist. Das lade ich nicht zu. Auto läuft zur Zeit, bis der nächste Regen kommt. Ich soll ein Regenschirm drüber bauen. Alles erst mal so mit Klebeband zukleben. Komplett alles. Hm. Wie pinkelt ein Pinguin, Micha? Haben wir etwa Fetischisten im Chat? Gleiche Konstellation irgendwie. Wir haben wieder zwei Teams, ja. Ich springe aber alle links rüber. Ne, einer dreht jetzt zu uns ab. Ne, der dreht wieder zurück. Ich frag mich ja, wie mein Schal in der Bewegung jetzt gerade geschafft hat, noch die Tür aufzumachen. Ne, 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 der ist, der ist bei uns. Ich hab keine Waffe. Der geht hier rein. Ich hab, es gab keine Waffe, nicht mal eine Pistole bei mir. Ich bin, da hat er nichts. Jetzt hab ich was. Die wurde die Tür aufgemacht. Sein Dude ist also da. Noch mal gelb, oder wie? Hier drin. Ich bin da auch nicht so viel, da. Ich dachte, ich war richtig schnell. Okay, ich lasse den Gewehren. Er ist ja einfach nur durchgelaufen und wieder rausgerannt, oder wie? Ne, so ein Dude war halt in dem Haus. Oh, Schroti. Weißt du, wo er drin ist? Direkt bei Raunch noch, ne? Ja, klar. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das heißt, ich hab keine... Ja, ich hab halt nur Nate, aber... Ich bin ganz verplempern. Keine Wester, kein Helm. Vor allem, die Häuser sind so verwinkelt. Es ist eh schwierig, einen da rauszuholen. Mhm. Wir müssen auf das andere Team hoffen. Das von der anderen Seite kommt. Müsste irgendwo auf der linken Seite bei dir irgendwo sein. Da hörst du zu was. Ja, ich glaub, in diesem Eck, in diesem kleinen... Seht ihr die anderen Dude schon drüben? Die... ...looken auf uns. Also auf das Haus. Das heißt, die können auch einfach nicht hinten rauslaufen. In dem Haus ist das andere Team. Komm da nicht so schnell raus. Auf keinen Fall. Also die unsere hier. Die zeigen sich doch nicht mehr so ein bisschen. Ich hab jetzt eher gehofft, dass die anderen mal rennen. Weil dafür hab ich jetzt eine gute Pose. Draußen. Läuft. Die laufen an der Kante jetzt rum. Rechts rum? Einer, ja. Zumindest schon mal. Das ist jetzt ein bisschen Arsch. Wieder da. Willkommen zurück, GeForce. Meine Rede vorhin über Bier. Gehen mal ein, zwei da zurück und gucken mal, ob der schon hinten anfängt rumzulaufen. Mist, die pushen mich. Ich... Was? Ah. Das war auch nicht mehr viel im Mund. In dem Moment, als du losgelaufen bist, kommt der andere ans Fenster? Ah, okay. Nice. Da kam der andere ans Fenster. Warte, warte, warte. Kaum noch, Moni. Kein Koffer. Scheiße. Okay. Was? Oh, danke. Endlich. Endlich. Was ist denn Scheiß, ey? Aber was war denn mit dem Ersten aus dem Team bei dir? Der war jetzt hier alleine. Ah, keine Ahnung. Den hast du doch erwischt, oder? Ne, ne, ne. Ich hab auf ihn geschossen, als er sich gefinished hatte. Das hab ich gemacht. Und dann, naja. Oh, ich schaff sogar noch in die erste Phase. Das ist nice. Also, die haben auch echt alles, ne. Letzte Rille, die beiden nicht erwischt haben, oder? Ich hatte fast kein Leben mehr, lag, und er hat mich sogar noch geflasht. Und ich bin trotzdem erwischt. Ja, als ich die Granate in der Hand hab grad gekocht hab, kam der andere nämlich rausgerannt. Statt ich mit dem Granate vor ihm. Das ist mir auch geil. Boys. Ja, jetzt kann ich mal pinkeln gehen. Ja, mach mal. Lasset dir schmecke, G4C. Ich erwarte mich denn jetzt hier alles von Mitte, ist so die Frage. Ich glaub, die beiden, die bei den anderen Häusern waren, werden wahrscheinlich besseren Loot für mich haben. Ist da noch zugehört? Ist da noch zugehört? Okay. Das passt so halbwegs. Sieht gut aus. Mal mit. Das nehmen wir mit. Ist ganz entfernt irgendwo was gefahren. Ganz sicher. So. Den restlichen Gedöns. Na gut. Sollte irgendwie halbwegs klar gehen. Tja. Verrückt, verrückt. Ist zwar ne Dose von Lidl, aber den findest du es gut auch. Einfach gehopft klingt schon mal ordentlich. Ich mag sehr hopfenlastiges Bier. Da steh ich total drauf. Ich mag halt auch IPA, insofern passt das auch alles wieder. Na, falls du es mal in die Pfoten kriegst, G4C, dann... Gönn dir, gönn dir wirklich mal so einen BrewDogs... ...so einen BrewDogs Punk-Ipa. Oder Hazy Jane. Das sind eigentlich so die beiden geilsten finde ich. Kannste echt getrost machen. Kann man auch bestellen. Backkartoffel... ... und Chicken... ...Win-Hoon als... Was ist du denn? Komm mal in die Zone, Freund. Ja, ich versuch's. Ich hab dir noch ein bisschen was mitgenommen. Ich hab mal einen vierfachen Compi-AR, AR-Magazin. Na, ich hoffe, dass ich hier noch ein bisschen was bekomme. Ja, je nachdem, wo die nächste Zone ist, dann kann man sich nämlich nicht mehr treffen. Das ist ein Asi ist. Ja, ne, dann... ... dann vielleicht hier wirklich, das ist doch ganz gut. Ich hätt'n... naja, bin ja schon unten. Ich hätt' sogar ein Auto, soll ich dich holen? Ne, ne, ich hab' auch eins. Bin unterwegs. Okay, nice. Leinen Weg hab' jetzt vor mir, aber ich hab' genug... ...ich hab' genug Stuff. Da passt eigentlich alles ganz gut. Wir müssen alles ruhig hier bisher. Ja. Ein Bier mit THC-freiem... Ein Bier mit THC-freiem Cannabis drin. Wenn's schmeckt... Kann ich mir jetzt so partout nicht unbedingt vorstellen. Ich weiß natürlich auch nicht, wie Cannabis schmeckt. Nach Salmiyaki. Ich glaub' auch. Irgendwie nach Salzstagen, ganz sicher. Wir haben grad vor mir noch einen genockt. Der ist dann rumgekrabbelt. Den hab' ich mir eben noch überfahren und geliecht. Geil. Das ist ja eng. Art verwandt mit Hopfen. Oh. Okay. Muss ich nicht. Nutzig, Pflanze, wie Hoffnung. Ja, klar, klar. Genau so wird das gemacht. Wie bei Expeditions heute früh. Komm. Also die beiden, die ich schon aufgezählt habe, sind definitiv aktuell mein Lieblingspire. Weil die sind beide halt auch nicht wirklich so... Obwohl, das ist Hazy Jane schon. Das geht schon. Hinter dir, Micha. Aufm Haus. Ich wurde beschossen. Ich komm' nicht wieder. Gut getroffen, ausm Auto heraus. Damit waren sie auch nicht ausm Haus, aber die sind in den Meer gefahren. Ist ja ähnlich. Im Auto, der hier jetzt sonst wohl gerollt ist. Da vorne. Da ist noch ein Vierfach drin. Ein Compi-AR und ein AR-Magazin. Ja. Woll ich mir jetzt mal nicht. Karabiner wäre hier noch? Frech, sagst du doch einfach den Stein gerammt. Uns sind aber trotzdem irgendwie weiter durchgeglitschert. Länder scheint nicht besetzt zu sein. Erstmal fein aus, wo wir die nächste Kante anlaufen. Ja. Hier. Mhm. Wollen. Golden. Oh, ja. Wenn's schmeckt. Oh, Moppet. Jetzt wird er nach Küste fahren. Und ein Auto. Jetzt passen wir einfach zur Küste. Oh Gott, hinter uns. Ja. 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 Pieken schon. Okay. Ja ja. Name. Es sagt doch auch alles aus. Ja ja. Ist okay. Ja ja. Ich bin mal gespannt was passiert jetzt. Ende XX? Ja, der Name auch. Der dich ge artific hat jetzt nicht. ASD bla irgendwas aber ja. der hat dich gedildet hat. Aber beide haben instant auf mich drauf geschaut, also ich glaube nicht, dass der nur der eine dabei hat. Aber ja, 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 ja. Mal gespannt. Scheint nur Warlock zu sein. Ich hoffe, die haben zwei Wochen Magenkrämpfe. Ja, ich wünschte es ihnen auch. Ich danke dir, Nico Felskin, für dein Prima-Programm im zweiten Monat. Ihm lieben Dank. An einem Bierbrunnen in Zalek kaufst einen kleinen Krug mit RFID-Tag und kannst dann sechs Sorten oder so zaffen. Jede einmal, okay, okay. Haben sich ja welche echt Gedanken gemacht. Also. Warum nicht? Warum nicht? Ach, die gibt ja auch richtig geilen Hefeweizen und so. Jetzt da gibt es auch noch mal richtig leckere Zeug. Also, ja. Account-Namen kenn ich, der wurde schon mal gebannt. Leider nur Teppereur, sagt Michael P. Das ist ja... Tritt doch noch nach, Michael! Tritt doch noch nach! Welchen von beiden? Die zahlen, ne? Naja, weil... Ah, ja. Das wird irgendwas Generisches halt sein. Ja, 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 ja. Aber der andere hat nur meinen Account gehabt. Also, vom Namen jetzt her, ne? Ist halt die Frage, ob er ihm das halt gesagt hat oder so. Aber aus meiner Perspektive... Die haben ja echt angehalten, die haben beide Insta drüber geschaut und... Naja, das ist safe. Dann halt, dann halt noch so ein Kauderwelschname. Irgendwie Level 20 oder was da war. Also, das ist... Also, der eine, da brauchen wir auch noch das Wort halt. Hand ins Feuer verlegen würde ich. Ah, ja, ja. Ja, ja. Und ein stilles Gewässer. Ja. Ich kenn mich mit stehendem Gewässer aus. Expeditions. Schau mal, ob ich unten... Ist das jetzt L33P, oder? Naja... So ein, zwei spannende Sachen kommen doch definitiv noch. Hattest du dir mal hier dieses, dieses Fake-Diablo angeschaut, was du noch ein paar Tage... Lass der Bock? Ja, genau. Ja, hab ich. Und? Ja, ich weiß nicht. Ich glaub, sowas fixt mich irgendwie nicht mehr an. Es ist halt auch so die Sachen, aber... Ich glaub, die Zeit... Ich glaub, es hat irgendwie gut zur Zeit gepasst, damals bei Diablo 2. Lara hatte Zeit, ich hatte Zeit, es hat Spaß gemacht. Ich hatte mal überlegt, ob ich's mir zumindestens mal vielleicht privat anschaue, weil ich bin ja eigentlich ein Diablo-Fanboy. Aber... Drei, vier, fünf, sechs... Boah, sehr viele. Auch bei uns. Versuch, zu gelb reinzukommen. Oh, die... Ja. Auch schon, ich komm zu dir rein. Ja. Zwei Leute neben uns. Im L-Haus. Oh, Nate wird mich killen. Okay. Ihr werdet mich killen. Habste? Unsere sind weg. Sehr schön. Bist du beschossen? Nee. Okay, dann ist erstmal gut. Bist du auf dich? Nee, auf dich dachte ich. Hä? Haben wir uns doch jemand anderen? Ich glaube in den Gewächshäusern gerade, du hast gesehen. Ja, 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 die pushen, die pushen. So schön zum falschen... So sieht's zur... ...zumalte Zeit nicht los. Kannst du die Tür hinter mir öffnen? Puschen die Halle noch. Noch ist Zeit. Okay. Koffer habe ich. Ja, ich dachte, die... Könnte ich ja nix geben. Ich dachte, die pushen dich. Ja, ja, nee, nee, die haben die Halle gepusht und ich bin im falschen Augenblick losgeladet und mir quasi... Na ja. Hab sogar ne Nate. Aber die kommt... Einer kommt links rüber. Ja. Ich geh aufs Dach hier bei mir. Ja. Na? Ja... Hab einen. Hinter dir? Ja. Lässt rollen, du musst rein. Nee. Nee, fährt weiter. Ja. Fährt weiter. Eingenockt, ne? Vor uns. Wird ja keine weiteren Nate. Auf eine. Ein Knuckle. Nein. Bist voran? Z4 ist dran. Da kommt zu mir rum. Guck mal meine Seite. Guck mal meine Seite. Guck mal meine Seite. Ey, viel Schnitzel. Komm mal beim Schrand. Ich muss letztens so lachen, da ist er hier bei Nachwuchs. Wir haben uns so Spielgeld geben lassen, damit er halt so ein bisschen rechnen lernt und sowas. Also so ein bisschen. Und dann guckt er mich an und haut raus. Ich geb dich Geld. Leute. Ich mach dich Krankenhaus. Das war so witzig. Oh. 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 Das ist auch noch nicht allzu viel. Mhm. Dann fehlen wir eine Barrel. Du weißt auch nicht, was hier los ist. Und das ist schief gelaufen. Beim Barrelings gewöhnt ist die hart, was die verzieht teilweise. Jajaja. Vorratshalle. Steht grad hier an dem Baum. Direkt bei mir in der Ecke. Direkt hier, wo ich stehe. Okay. Ich konnte nicht schießen, war es direkt vor mir in einer Linie. Ich konnte nicht schießen. Oh, schade, schade. In einem Recht zeige ich es sogar noch. Aber fühlt sich eigentlich ganz nice an. Ach man, das ist richtig ärgerlich. Ja, das war jetzt, nachdem wir das Ding ja vorgelegt haben. Wären wir nicht in einer Linie gewesen. Naja. Dann, dann sowas. Aber, ja. Die schießt halt schön schnell, die Barrels. Wenn du dann drauf bist, dann fallen die auch wirklich schon ganz geil. Ja, wenn ich präzise sein muss, und ich bin sie lange nicht mehr gewohnt, oder hab sie davor nicht eingeschossen, dann ist es hart. Aber so von den Meta-Waffen, von dem was ich so gesehen habe. Gestern oder vorgestern durchzufangen habe ich bei irgend so ein Turnier, was irgendwie anscheinend gerade läuft, habe ich bei den ARs hauptsächlich Ork und Barrel gesehen. Bei einzelnen noch eine Ace. Aber hauptsächlich Ork und Barrel. Mhm. Ach ja, Ork wird immer gut gespielt. Deswegen haben sie sie auch wieder schlechter gemacht. Ich mag sie trotzdem. Aber das mit der Barrel hat sich tatsächlich gerade ganz angenehmer gefühlt. Man hat sie ja auch irgendwann mal gespielt, mal so ein paar Wochen. Ich glaube, als sie halbwegs neu war oder so. Ich finde das Schussverhalten der Ace da insgesamt, glaube ich, besser. Aber ich habe sie ewig nicht mehr. Auch nicht vergleichbar finde ich Ace und Barrel. Das ist eher so wie die M4 mit Team Ammoni halt. Das sind jetzt ein paar jüngliche Busreden hören. Das waren mehr sinnlose Füllwörter als Inhalt. Ja, aber meinst du, das war bei uns anders als wir jungen waren? Also ich war... Also wenn ich mir zugehört hätte damals, ja. So quasi... Ich glaube, da hätte ich mir auch nur an den Kopf gefasst. Und zwar zu Recht. Aber generell hat sich das schon verändert. Tatsächlich. Schon so ein bisschen so eine lustige Generation. Tja. Ich hoffe mal, das ändert sich dann hoffentlich zur nächsten. Also... Ja, das ist... Man sagt ja so von der ersten zur nächsten Generation, ne. Jetzt wird es halt immer schwächer sozusagen, ne. Naja, warte mal. Der Spruch geht... Wie war das immer... Ich wollte es nicht so hart auch sagen, aber... Eigentlich geht der ja auch anders. Schwache... Wie war das? Schwache Menschen kreieren schwere Zeiten. Schwere Zeiten bringen dann wieder starke Menschen hervor. Irgendwie so... So kreislaufmäßig. Einen habe ich mindestens gesehen. Ja, Dieter. Ich schätze mal, dass es ein Team ist. Sag es nicht weiter. Tja. Wow, ich krieg eigentlich nicht mal Waffen. Oh, ich auch. Wolltest du mich beschweren? Das war keine... Granate. Auch Granate. Alles klar. Wie? Sie ist gestorben auf jeden Fall. So viel kann ich sagen. Hier unten lang. Ja. Sehr gerne. Ich meine Weste. Das habe ich wenigstens. Wester Helm geht. Wenn sie jetzt noch nicht kommen, dann gucke ich hier nochmal ins Häuschen rein. Ja. Seh noch nichts. Die erste Generation schafft Vermögen. Die zweite verwaltet es. Die dritte studiert Kunstgeschichte. Und die vierte verkommt vollends. Ja. Oder sowas. gehen wir mal. Schreiben. Ergeht aufs Dach. Kann ich das Haus markieren. Ich komme hier nicht mehr hoch! Was ist denn jetzt hier los? Das haben wir beim ersten Mal nur hingekriegt, das ist eigentlich überhaupt nicht schwer. So. Hab ihn knockt. Wissen? Auf dem Dach. Dann? Kannst du mal das Haus markieren? Ja. Ist markiert. Ich werfe eine Cousin-Granat. Weißt du? Wann ist die Name? Warte, warte. Warte, warte. Nee. Ich hab dich gehört. Wann ist die Name? Ich weiß es nicht genau. Der eine war hier oben, ich musste den mehr als einmal treffen, der war sogar schon geheilt. Na ja. Dann waren es ja beide oben. Ich weiß es nicht. Wo hast du denn hier in den... Hier, hier bei mir. Hier ist ein MK, der andere hat ein MK. Aber... So, ich sollte meinen Rucksack mitnehmen. Deshalb kann ich nicht mitnehmen. Achtfach liegt hier. Hier drin ist ein Sechser. Ich hab den Karabiner rausgeworfen. Oh. Yeah. Äh. Jetzt hab ich ne Uzi aufgenommen. Du willst die spielen? Jetzt soll ich nachher richtig gut sein. Aber du solltest trotzdem nochmal hier drüber schauen. Beides. Also, ne? Definitiv. Ich hab hier nochmal ein paar Aufsätze rausgeschmissen, die auch für dich interessant sein sollten. Sollten vor allen Dingen. Sollten? Soll ich? Die sollten für dich interessant sein. Ja klar. Sollten. Auto? Da oben neuner. Ah. Fuck. Vorbei. Neuner? Ja, ja. Da ist sehr, sehr viel im Haus drin. Da, wo du das Zeug mir raus... Oh. Da, ähm... Wo du den getötet hast, im Haus. Ja. Okay. Jetzt hab ich ein bisschen neuner. Da lag viel, ne? Ja. Ja, ja. Erstmal geht's klar. Ich hab auch nochmal 90 dabei. Ja, perfekt. Ich hätt da voll die Uzi gehabt. Eigentlich auch schon weiter, oder? Mal gucken, wo wir da finden. Danke. Ja. Ja, müssen wir weiter. Guck mal, das ist voll so ähnlich wie vorhin. Hm? Bistle. Ja. Nein, fahren sie noch. Bus. Hey! Ja, was stellt er sich da vor? Ich glaub's nicht. Hit, beim linken. Ich geh mal rechts weiter rum. Zwei Reifen haben sie weniger. Als sie leicht kommen, sollten sie dann erstmal nicht mehr wegkommen. Ja. Ich würd gern den Satz wieder zusammenkriegen. Irgendwas mit... Irgendwie schwache... Ruhige Zeiten bringen schwache Menschen hervor. Schwache Menschen kreieren wieder schwere Zeiten. Schwere Zeiten erschaffen da wieder starke Menschen. Irgendwie so... Äh, so. Ups. Hauptsache, ihr folgt mir auf Insta. Das ist das einzige, was wichtig ist. Bitches! Smoken sich. Oh, die fahren schon. Hier ist ein nächstes Auto gefahren. Toll. Na, fangen sie uns ab, ne? Jetzt haben wir hier kein Auto mehr. Ich glaub es nicht. Na, vielleicht hier vorne an der Straße. Warte mal. Die sind mit ihrem Auto weiter gefahren. Das ist doch auf jeden Fall auch nicht mehr da. Aber... Das ist ja A, Michael. Das ist ja richtig A jetzt hier. Können wir nicht laufen müssen. Stütze dieses Zitat ausdrücklich nicht drüber. Weiß nicht, wer der Michael Hopf ist, aber keiner. Das ist ja so gehört, also. Zumindest so... So großartig wie voll würde ich es nicht nehmen. Uh! Ja, es kommt was raus. Hier ist ein Auto. Brücke. Ja, ich seh schon. Das sind die Duzi da, die fahren wieder. In zwei Reifen, oder? Ah, ja, ja, ja. Ah, ich seh schon was. Witzig. Ne, das ist ein anderes Auto. Ne, das sind drei Autos. So. Na ja, gucken wir doch mal, wen wir davon auch sehen und wen davon nicht. Guck mal, der rollt. Wir haben hier gewechselt, ne? 12 Uhr, zwei Autos. I see, I see. Zurück ins Gelände. Ich würd sagen wir fahren. Ne. Dort. Oh, ihr könnt trotzdem fahren. Und ein Moped kommt nochmal. Einer stand ziemlich offen abseits. Ich dachte, in den Grimmel vielleicht. Na ja, guck mal. Wir müssen den Glocki noch ein bisschen. Ah, der Moped Meister. Hat sich ein paar mal gedreht. Es sind zwei. Vielleicht kommen wir nah genug ran. Der hintere müsste Schaden haben. Alter! Willst du fahren? Ich hab ne Beisen. Ich hab nix anderes. Man sieht mir los. Ups. Das heißt, wir sollten vielleicht dann doch nochmal ne klitzekleinigkeit lupen, sagst du? Ja, ich brauch noch Schrotmonie. Nein. Ist okay, ist okay. Alter, vor, zurück, vor, zurück. Na, ist was auf dem Däschle? Wie vorhin? Mhm. Ich glaub nicht. Das heißt, ich würd hier sogar fast bleiben. Naja. Hier unten liegt auf jeden Fall noch ein bisschen was, was du dir angucken solltest. Ich leg dir noch ein bisschen Waffe und so dazu. Ich danke dir, Robert. Auch für dein Prime Abonnement. Zehn Monate. Wegman. Ja, genau. Irgendwie so auf Englisch aber. Das ist wie beim nächsten Thema. Quasi beim Essen oder so. Aber trotzdem, danke. Okay. Bompi AR könnte ich dir abgeben. Hier oben ist noch Schrotmonie. Ja, bisher habe ich schon keinen anderen gefunden. Ich werde fast am Strand. Links hat ein Treffer. Ja, ich habe gesehen, Mann. Geil. Auto und ran? Auto und ran. Wo ist denn die Schrott, wo die hier? Ja hier, wo ich stehe. Ich pack dir ein Kopi dazu. Vergiss dann mit dem Pushen. Alright. Nächstes Auto kommt irgendwie schon. Ich wurde... Ich weiß nicht genau, von wo ich beschossen habe. Irgendwo vor uns. Jetzt weiß ich es. An der Straßenseite 340. Jetzt muss ich aus dem Weg. Wird auch beschossen. Die nerven langsam da. Da sind sie drin. Einen habe ich knockelt. Oh, wir müssen aber auch selber weiter. Wird noch woanders geschossen. Ich weiß nicht, krass nicht ganz. Leech-Material. Wie ist das Ziel? Links davon. Sollen wir fahren, oder? Oh, ich runde. Ich komme zu gar nichts. Ich kann nicht zum Looten. Ich habe noch keinen Schuss mehr für meinen GMA. Ich kann sagen, wir greifen die da oben jetzt mal an. Ja, lass mal irgendwas tun, bitte. Dann müssten wir genug Stuff bekommen. Der ist auch noch am Baum. Der jetzt rechts ist. Ja, gesehen. Hat sich runtergesmockt scheinbar. Nee, der läuft noch hinten weg. Habs gesehen. Hinten nix weg. Ich will da nur spielen. Dann bist du gleich wieder weg. Drei Sekunden. Loot einfach direkt ihn. Ich mein, du dabei hast. Das ist schlechter geht halt nicht mehr, oder? Da willst du die DBS weiterspielen. Ist mir egal. Ich will einfach mal überhaupt was spielen jetzt. Ace und Mosin, hat der hier drin? Waffe und Koffer. Der hat U und DBS. Den ich nicht markiert hab, ne? Ace und Karabiner. Ja, ja, ja. Ich... Stremelachs. Oh. Oh. Hätt auch gern mal wieder Stremelachs. Hast du ne Pfanne? Mh, ne. Hast du ein Buffer? Naja. Ein paar Sachen hab ich rausgelegt. Im Kofferraum. Ich weiß nicht. Mal jetzt kurz ein bisschen verzögern wollen. Können auch erstmal hier ran. Im Zweifel. Hm. Okay. Ist uns nicht gegönnt. Ne. Versuchen wir's vielleicht sogar hier oben ran. Das rollen die letzten Meter. Hier ist ein Auto. Hinter uns nicht aber nix. Ah. Wooh. Okay. Sanitaschen? Hab ich schon, danke. Die noch da? Oder weg? Das haben wir vorne gehalten. Hast du den getötet, der mich abgeschossen hat? Ne. Ich hab einen aus dem Flieger rausgeschossen. Ich hab einen aus dem Flieger rausgeschossen. Meine Smoke. Im letzten der großen Dinger sind's, ne? Die nehm ich gerne mal raus. Wo? Ich hab's oben markiert, aber quasi halt unten. Okay. An den, an den komischen Zisternen. Ja. Scheiße. Doppelte Scheiße. Doppelte Scheiße. Der Stein, der so einzeln steht, zwischen dem roten Auto und dem, dem Mast. Hm. Zwei Leute. Kann ja auch nicht bleiben. Ich geh ein bisschen weiter, Michael. Wenn die von oben wieder runter gucken, dann werden wir gleich von drei Seiten beschossen. War's glaub ich. Die hinter uns. Hier unten nochmal zwei. Hier ist das Auto meine Güte. Was ist denn hier los? Schön. Noch ein Auto. Fahrrad unter, hier rechts. Mhm. Ist verkackt. Hab ich gesehen, dass der Fahrrad schon saß. Und ein Flieger nochmal zuletzt. In den Phase 5 fährt er los. Eieieiei. Übel, übel, übel. Hast du ein Neuner? Oh. Ja. Echt nicht mit gerechnet. Der hat dick Neuner dabei gehabt. Was hat er gespielt? Weiß ich nicht. Ich hab mich nicht drauf geachtet. MP nein. Scheinlich. Vielleicht bleibe ich sogar doch nochmal hier. Ja, der müsste von außen eigentlich noch hochkommen. Der Trom ist auch nicht mehr drin. Norden hat auch gerade erst geschossen, ne? Ja, genau. Nordwesten. Naja. Das wäre jetzt leider nebelig, aber da ist auf jeden Fall noch was außerhalb. Das ist gar nicht mehr. Das ist gar nicht mehr. Das ist gar nicht mehr. Richtung. Okay. Ich komme links. Mhm. Ich halte rechts Ich sehe sie links nicht, ne? Ich habe eigentlich nur Blitt geschmissen Wir könnten versuchen rechts rum reinzukommen Vorhin war da ein Team, aber ich würde es auch machen, wenn wir rechts rumlaufen wollen Ich habe einige Rauchgranaten noch Ich habe keinen Bock, durch die Mitte zu rennen und von beiden Seiten beschossen zu werden Weil hier ist ein Einzelhändler auf jeden Fall durchgekommen vorhin Deswegen könnte es sein, dass es hier frei ist Das Auto, das ich geballert habe, waren zwei Leute Schlüssel Siebner Direkt vor uns, hier unten dran Hat uns definitiv gehört Scheiße, jetzt sind wir am Arsch Ich stelle doch mal in der Ecke rechts rum Auch wenn es Ist es bei dir noch jemand? Hab ich was gehört, ja Muss aber rein Er kommt, er kommt, muss hin Ist ja nichts Kriegt ihm denn so aufs Maul irgendwie gefühlt gerade Wie war da noch? Ah, zwei Kugelchen oder so Ich habe nicht in den Kopf geballert Dafür macht er dann zu wenig Schaden Okay So, so ärgerlich wirklich beim Minitiming Ich habe genau noch gesehen, wie oben reingelaufen ist Wirklich, wir haben ja drei, vier Sekunden früher losgelaufen Ich hätte ihn einfach auch töten können, aber irgendwie scheine ich nicht mehr zu treffen Ich habe mein Zähnlied erreicht Ah, cool Musst du jetzt mit anderen Qualitäten überzeugen Dann muss ich die Webcam anmachen Bin es ein, kein Problem Kann es gar nicht einbinden Klar, ich bin alles ein Gute Nacht, Mordima Gute Abend auch die Jens Ich bin alles ein Müsst du sehen, müsst du sehen Kein Problem, kein Problem Oh, war doch trotzdem ganz nett Ja, bei Rangel vor allen Dingen halt Ja, bei Tag, ne Mit allem, was geht Aber es zieht sich durch, ne Die ganze Zeit Wir brauchen echt durchaus ein bisschen länger Müssten wir eine Runde kriegen Ich hatte Und da fährt noch ein Cheater Aber ich hatte durchaus das Gefühl Dass es mit der Ping ein bisschen besser funktioniert Nun, du hattest vorhin noch einen, wo du mal meintest Der glitschelt durch die Gegend mit dem Auto Aber sowas von Das ganze Juarts hat sich verzogen So hat er geglitscht Die B-Säule war Quadratisch quer Über die ganze Frontscheibe What? Okay Das muss so Das muss so Das ist eh so Dynamik Scheiße Auf dem Lachs steht sogar drauf Dass man den bei dir essen muss Umgeöffnet bei Max bei 7 Grad zu verbrauchen Na ja, immer ran Immer her damit Teilen wir Ich esse gerne Lachs Ich mag auch sehr gerne Strähne Lachs Wenn der ja leider immer nochmal so extra Rauch erwischt hat Der wird hier heiß geräuchert Ist damit eigentlich nochmal ein bisschen Schwieriger Als der Kaltgeräusche Aber er ist kein Ich glaube, es ist generell gar nicht so verkehrt Wenn man jetzt nicht so häufig isst Wenn der Lachs sowieso schon mal Naja alles was aus dem Meer kommt ist ja ziemlich äh Giftig mittlerweile Schwermetalle Mikroplastik Ja, ist echt so Guten Hunger, Chief Ah ja Ich denke auch Also wir hatten heute Linsen-Bolognese Wie gestern auch Und morgen Schwermetalle Gibt es auch Linsen-Bolognese Leichtmetalle Leichtmetalle Der mag ich Hab hier das Omega 3 drin Das neutralisiert das alles So sieht's aus So sieht's aus Ich ernähre mich zum Abnehmen auch nur von Erdnussbutter Das funktioniert Ich mag Erdnussbutter Ich hab Erdnussmus auch da Ne, also Alle Sorten Butter mag ich Also Erdnussbutter Ja? Ist das gut zu wissen? Ja Sag ich mir, was das nächste Weihnachtspaket Ich hab Arsch Ich hab Arsch geiles Zeug gefunden So, 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 so Cups gefüllt mit Mit Cashew-Mousse Und so richtig abartig Der kann's doch nix falsch machen Ich kann's löffeln Ja, ich auch Einfach nur Es ist so Gesalzene Es ist wie so ne Art Gesalzene Cashew-Butter Und halt in so nem Schokoladencup drin Arsch teuer Gefühlt zahlst du ne halbe Niere pro Stück Aber Eigentlich ist es doch so easy Selbst zu machen Warte, ein Kulus? Ja, easy Aber mach ich nicht, ne? Ja, ich auch nicht Ich will's doch nicht Also Ich will's mir weder kaufen Noch essen Also Selbst machen Oh, fuck Was sagt der da aus? Hast du die neue schon? Hm Warte, warte Ne Mit Ragu könnte ich die aber eigentlich Ich will ne neue Waffe haben Wenn ich schon diese Kack-Map spielen muss Will ich auch die neue Waffe haben Ah ja, ihr habt ne Uzi? Dachte ich grad ne Kack-Map Ja? War ne richtig beschissene Map natürlich Gibt's zu wenig Waffen wieder, ne? Ist zweierstach Komplettikus drin? Ja Echt wenige Waffen wieder Hab ich gefunden, aber Visiere ist bei mir eher Das ist ein Problem Ne Niere? Brauch ich auch Willste die Drago spielen? Ist mir egal Ist ne gute Eben, daneben, daneben Er hat Jehova gesagt Jehova? Ja, von Lebensprime Jehova, Jehova Hab's nie gesehen Was? So, machen Ist genau dein Humor Ich weiß nicht Glaubst du zu alt für mich Ja, mittlerweile Mittlerweile schon Die Aktualität hat's natürlich gar nicht mehr Hast du jetzt gar keine DMA? Oder irgendwas? Äh, Schneider MP20 Aber ich hab auch kein Visier Deswegen Ich hab mir zehn Kugeln übrig gelassen Und ich hab den Rest auch echt komplett rausgelegt Weil So, ich Da mit Hier wär ne Ace Wenn du willst Ich will die neue Ich hab nicht mal Ich hab nicht mal ein Visier Gar nix Na, fern Gar nix Nix Bei der neuen ging Kein Magazin dran, oder? Äh, doch Magazin Und vorne was drauf Ja Okay Ich geh gleich Warte Ob wir denn schüssen Irgendwie Hab nix Hab nix Boah, ja, kann man machen Warte mal, Siui Lin Ne, 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 ne Ne, ne, da geh ich nicht Nochmal hin Für den war kacke Ich geh hier Nur Toffe Wenigstens mal einen Rotpunkt zu finden Oder Ey Zäule, nur Zäule Sind die ja aggressionisch Gerade Weil Freien Lauf Lassen muss Otter Nasen Zaunkönig Leber Jaguar Ohrläppchen Ozelot Milch Lärche Zunge Ein Geniestreich Seiner Zeit Dieser Film Awesome Vorrede der Kokosnuss War auch sehr gut Aber Leben des Brian Leben des Brian Ist die Perfekte Religionskritik Auf super witzige Art und Weise Die es einfach nur irgendwie gibt Seit 10 Jahren Hab ich nicht mehr geredet Um mein Gelübde zu halten Er ist mir auf den Fuß getreten Einwunden Einfacher Humor, ne Oh Ja, du kannst halt Einfach drüber lachen Und trotzdem hat es halt immer Aber trotzdem gibt es da noch so eine gewisse Extra-Kathetik-Weite Es ist kein doofer Humor Und trotzdem sehr einfacher Humor Also Kannst du sagen, was du willst Juhu, ich hab's da Ich hab's auch Juhu Und sogar Visiere Ja, ich auch Juhu Hast du noch ein Charlie-Eier? Wahrscheinlich nicht, ne Nee, ich bräuchte jetzt einen 9er-Muni Wenig Sehr wenig hast Kann ich dir was geben Heistig zum Nachladen Ja, dann pack mal hier nochmal Hier Pack mal, pack mal die hier nochmal dazu Brauchst du einen Bündungsverdämpfer SR? Nee, den hab ich Rompi-Empi bräuchte ich noch Und Hast du ein Achtfach? Nee, dreifach Ich muss einen killen Dann krieg ich einen Achtfach Mit der DMA Nicht? Warte mal Das könntest du Ja, versuch's doch mal Scheiß doch Nee Komm, gib ihm Ich pack den Helm aus Und gib ihm Wenn das geht, wär das krass witzig Komm, ich will's wissen Geh durch Und? Nee Oh Wenn hätte ich ihn selbst gespielt Jetzt müsste ich doch den Zweier Helm gegen meinen Eins ertauschen Und nochmal nachschießen Genau, Schwanzus Longus Äh, Schwanzus Longus Ist zum Beispiel auch Lebensbrine Lass uns welche hinter uns ziehen Zwei Lassen sie sich fallen schon, oder? Ist dir doch ein Fallschirm, oder? Nee, irgendein Dreck in der Luft wieder Dreck in der Luft Moinitainstrike Max, ich hätte für den T-Beschuss, äh, gemeldet Achso Da passiert nichts mehr Ich reagier noch gar nicht mehr auf meine, auf meine Meldungen Es sitzt einer mit Würfel, ne? Oh, sechsfach, nice Fehlt dir sonst noch irgendwas, außer dem Kompi, den ich auch benötige? Nö Schau mal, ich glaube, ich spiele sogar das Dreifach Kompi habe ich Im P-Magazin hattest du, ne? Naja, ich bin complete jetzt Ich brauch gar nichts mehr Außer Muni halt So, in meiner Muni halt noch Ich werde, ich werde wirklich Beileibe hier, also niemals Die, die eine Quest vergessen, die sie hier gegeben hatten Finde ne Flare-Garn Also sammle ne Flare-Garn auf Und du kriegst als Belohnung Eine Flare-Garn Panzer Und, äh, Dings, ne? Drop, geil Stell dir das mal im Duo vor Prächtig Prächtig Kotze im Strahlen Eine Handvoll neun habe ich noch mal gefunden Ja, irgendwie gar nichts gefunden, leider So, so Noch mal so 90 Schuss, kann ich dir abgeben? Ja, gut, ich habe ja 90 Schuss zum Nachladen, aber Ja, ich habe jetzt sogar 200 Schuss zum Nachladen Brauchst du hier noch Granätchen? Nehm ich Ich würde gerne mal auf was schießen Ja, dann lass mal los Okay Test Track Vielleicht ist da ja was Wir werden aber um ein Fahrzeug nicht drum herum kommen Hier, hier links ist eins Können wir hier fahren, ein bisschen was hören Fahren, ein bisschen was hören Inkontinenza Eher Inkontinenza Puperza Oder irgendwie so Hieß du War noch Hackenseppel Das waren Zeiten Oh Was habe ich eigentlich für Quests? Ich krieg auch ein Achter Auto rechts So machen Sorry Hast du ein Achter jetzt bekommen? Ne, ne Ich habe sofort abgesetzt Ich habe hier nur ein, zweimal getroffen Aber ja, hat gereicht Hast du was zum Heilen? Naja, alles gut Alley über uns Oh, die haben auch ein bisschen neuner 20 Schuss, geil 4M24 Flieger Hier, Fallschirmsprung über uns Die Klemmer vor uns weg Auto Bringt da hinten rein Irgendwo ein Auto gehört Ich habe ihn getroffen Er hat sich sicher, ich habe ihn getroffen Chat 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 Ich heiße Jeff Ich glaube, ich habe Blutspritzen sehen Wenn ich das richtig gesehen habe Also bei Yelp ist einer Wollen wir da nochmal hinfahren? Ich habe jetzt 5 Granaten und Molly 5 Granaten und Molly 5 Granaten und Molly Aber eigentlich müsste doch bei einem Körpertreffer trotzdem tot gewesen sein Naja, die ist seiner sich getroffen Ah, ich habe ihn schon gesehen Hier drin Immer noch bei Äh Rotes Dach oder was? Ne, ne, dahinter Es kann ja sein, dass sein Dut hier noch ist, ne, irgendwie Dem Haus habe ich ihn gesehen Wo hat denn der rausgeschossen? Wo? Wo ist denn das? Balkonchen Markiert Ist doch kein Balkon, ist doch ein Fenster Da ist nochmal ein Balkon dran Dann sehe ich irgendwas anderes Ach, andere Seite, okay Das ist der Links davon auch nochmal Das Haus Ist ja raus und so ein zweiter, ne? Ich höre seine Steps Ist auch ne Auto dran Orange Ja, dann ist er dann im Dut gesprungen Meine Smoke Nein 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 Ach Mann ey Warte Sich beeilen Ich bin gleich weg Schon Ach, sie Das wird er mal jetzt, oder? Ich werde schon mal tot Ich habe gerade die Smoke geworfen Ich habe wahrscheinlich schon links geholt Äh, andere Seite, andere Seite Süden Shit Uh, ich komme rum Ich komme rum Und wenn er das gesehen hat, würde er sich nochmal rächen Der andere Kann ich dich holen? Ich habe es nicht mitbekommen Müste gehen Die mich geknockt hatten und kamen aus Süden Und die kommen auch Schön Steps, noch links Ja, ich konnte es nicht einordnen, das Geräusch Das neue Auto Ja, ich bin es ja auch bis jetzt nur eins nochmal gefahren Deswegen, ich weiß nicht Ich kann ja noch nicht so ganz genau sagen Wie nah es dann am Ende des Tages halt wirklich dran ist Wahrscheinlich hättest du mich sogar noch geklappt Aber ja Ist halt Arsch gelaufen, dass der jetzt da wirklich Dann in dem Augenblick noch was von der Seite gekommen ist Naja, ärgerlich Ich kann pinkeln Hört Der Kokosens, findest du der beste Italian Striker? Also ich finde den Film auch geil, ja, so ist es nicht Aber ich würde sagen, Lebensprine ist legendärer Übrigens, erinnert mich mal daran Ja komm, machen wir mal eben Ich will eben auch eine andere Map spielen Ich will eigentlich nicht nur mal die spielen Ich will mal gucken, ob ich den gerade getroffen habe Das würde mich mal echt interessieren Spuck dir ins Auge und blende dich Nie, nie, nie Ey So, gucken wir mal Ach, der andere war sogar schon drin Jupp, ich hab ihn getroffen Aber guck mal Ein Viertel Leben Ein Viertel Leben Der muss ja echt in den kleinen Zeh geschossen haben Oder so Ist kein Premium Lootspot dort Eindeutig Nelly Eindeutig Eindeutig Ich bin einmal rausgegangen Raus bin? Ja, ja Ich hatte einerseits keinen Bock auf Desten Und aus dem wollte ich wissen, ob ich den Dude am Fallschirm mit der M24 getroffen habe Und? Geil Ja, aber ich habe ihm nur ein Viertel Schaden gemacht oder so Maximal 30% oder so Ich verstehe nicht wieso Weil der kam, glaube ich, komplett wieder Der hat sich nicht ziehen lassen oder so Ja, der ist schon Ja, der ist schon Auf jeden Fall, keine Ahnung Habe ich ihn einmal übers Ohrläppchen gestreichelt, so wie es aussieht Aber guck mal, ist doch schon viel besser die Map, ne? Nicht Date Warte Texturen Texturen Ah Oh Oh Sogar noch eins drauf gesetzt Wuhu Da habt ihr gerade all die ganzen Stufen gesehen Ne? Wie das, wie so Diese Distanz Rendering funktioniert Da waren jetzt hier 3 Stück oder 4 Stück Je nachdem, so weiß ich nicht 50 Meter so Dann 50 Meter noch eins Und noch eins Und noch eins Und noch eins So läuft dann irgendwie eigentlich so im Großen und Ganzen die ganze Zeit Gute Nacht, Johnny, John Wecker klingelt um 5.45 Uhr Alter John Muss zurückschießen Das weißt du doch Gute Nacht, John 5.45 Uhr Irgendwas läuft da falsch Ja, nur klingeln heißt ja erstmal nichts, ne? Erstmal 25 Mal immer weiter drücken So ungefähr Naja, aber Man braucht halt auch früh so ein bisschen Zeit Wenn man sich nicht schätzen will, ne? Ich mein, kannst du schon mal zusammenrechnen Eine halbe Stunde ornanieren alleine, ne? Käffchen Frühstück Frühsport Kleine Mittagspause Kannst du schon mal ein paar Stunden einrechnen Start von vorne Ja Dann Insta Meinen Kanal checken Ja Was ich so gemacht habe Und dann von vorne Sehen Da ist nichts passiert Meiner klingelt um 3, Maurice Okay Ich hab sogar auch einen Wecker Sonst klappt das mit dem neuen Uhr-Stream nämlich nicht so richtig gut Aber dem Aber das ist nur ein Notfallwecker Meiner klingelt um 7.30 Uhr Aber Da gibt's hier jemanden, der hat was dagegen, dass ich bis 7.30 Uhr schlafen darf Mhm Ich guck mir mal an Mhm, wartet mal Also zwischen 7.00 bis 7.30 Uhr so neben der Dreh Oh, das läuft eigentlich auch ganz gut Mh, zwei Teams Die sind auch ziemlich fix da, würde ich sagen Auf jeden Fall schneller als ich Ich komm nicht zu meinem Dings Ich geh auf die linke Straßenseite Nein, ich auch Ich auch Ja 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 Die haben dein Gelände, dein Ding auch angesprungen gerade Ja, deswegen bin ich jetzt am Ende weggegangen Ich hab eine Waffe Fünfer Ich lass dir siebenmal Waffen liegen Hier liegt ne AK mit 19 Schuss Dann bring ich dir fünfer Money mit Hier liegt Ist noch ein Zweierhelm Ah, notfalls müssen wir zu dem Gelände hier hinten hin Ich bin offen, dass da keiner eingesprungen ist Das glaub ich nicht Ja Da gehst du wieder, das ist eh Ich hab mir das schon auf Samstag Ich hab mich aber auch sehr drauf Oh, einer nockelt Äh, der pusht durch Wir können rüber rennen Ich schließ mal nicht auf ihn Der läuft jetzt gerade hier mittig nach links durch Siehst du ihn? Der ist jetzt hier? Mhm Ja, sehen Hier rechts drum Ich weiß nicht, ob sie durch sind Eine an der Halle habe ich eingesehen Ich kenne auch ein Visier vor, ich kämpfe Ich hab noch ein Dreier gerade gefunden Ich geh hoch, das hat vorhin schon gut funktioniert Ich weiß nicht, ich höre in der Halle noch eine Ich höre auch was? In der hinteren Halle liegt eine Leiche Mhm Ja, ich hab in der hinteren Halle erst ein Dude gesehen Steps passen auch, das müsste in die Richtung gehen Ich guck mal links rum, wenn ich irgendwas sehe Ich geh mal über die Straße an der Mauer entlang Nochmal Ist hier in der rechten Halle niemand Einer ist rausgelaufen aus der Halle, geht an der Mauer entlang Dir quasi entgegen Ich hab mal geschossen, dass du ein bisschen auf mich auch mit achten Ja Feinockt Der andere ist auf der Höhe, kommt rum Ja Nice Easy Easy Oh, HK ohne Visier Das war auch, ich hab so ein Angst gehabt Was nichts wird Ich hasse alle Waffen ohne Visier Ja Ich leg ne Ork weg Und ne Schroti auch, weiß er nicht, ne? Satte Dreier-Roxa Den nehm ich mir auch mit Die oder ne Beisen ist so die Frage Ich glaub ich bleib bei der hier Okay In einem Raum hier einfach mal drei Zweier-Helme Boah Das ist die beste Lootverteilung auf der Seite Tja, keine Ahnung wo sie jetzt hier schon gelootet haben und wo nicht Ich schon In den Häusern waren sie glaub ich auch nicht großartig Das ist mein Fahrrad Willst ne SKS zur AK dazu? Was will ich haben? Eine SKS zur AK dazu Ne, ich hab ne Dings, ne? Ne Karabiner Also meine MP5 ist perfekt ausgestattet. Okay, also Bison egal. Ja, ja, ja. Ich hatte eben gerade auch noch eine gesehen. Muni? Muni würde ich noch ein bisschen, ne, 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 hab ich auch. Brauchst du Compi ARs? Ich habe zwei Stücke gefunden. Hab ich schon. Griff fehlt mir noch. Nur der Griff. Kannste mir im Zweifelsfall auch irgendeinen geben. Ich habe gerade noch eine MP dran. Hier wäre nochmal ein Karabiner. Ja. Obern in dem kleinen Räumchen. Also bis auf den leichten Griff spiele ich alles an der MP5, ne? Wer irgendeinen findet, das können wir tauschen. Na, ich habe einen gefunden, danke. Mousi, mousi. Das ist nice. Mokkalatte. Darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, klar. Mokkalatte. Ich weiß nicht, was er meint. Entweder Getränk oder, oder auf der Expedition im Badezimmer. Das hat mich verbrannt. Na ja. Ach, hinter uns ist eine falsche Richtung. Ah. Das ist auch in der Werkstatt. Hier in der Garage. Das war eigentlich immerhin da drin, oder? Oh, ist nett. Vielleicht. Ah, wurde durch die Näh genockelt. Vielleicht gibt es auch noch ein bisschen Spaß für uns. Ja, Auto ist drin. Ich habe hier jetzt wirklich meine. Oh. Steig. Ah. I do it. So langsam kriege ich. Was müsste das denn hier voraus, soll wo sein? Mhm. Schneesturm kommt. Ich liebe es. Ja. Okay. Ich danke dir, Delary. Für dein Prime Abonnement. Einen 14 Monat. Guten Tag. Ich heiße Marx. Ja, ja, ja. Kontakt. Hier. Das ist besser. Ich glaube hinter dem Hügel ein bisschen weiter nach links. Ich bleibe rechts. Was ist denn nix mehr? Hm. Hast du noch einen? Ne. Ja. Ich habe gerade gar nicht so viel Minister dabei. Zwei. Zwei. Ja, genau. Zwei Verbände habe ich schon. Ja, der kommt, der kommt, der kommt hier hoch. Ja. Auch zu dir, zu dir. Möcht? 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 Ich habe gelockt. Ach doch nicht. Möcht? Möcht? Xorox? Du musst in diesen inneren Kreis. Blaue Zone, wie man das nennt. Macht Schaden. Ne. Schaden habe ich genug, Xorox. Keine Sorge. Kann mir nix anhaben. Ich bin immun. Bin als kleines Kind in die blaue Zone gef... Deshalb bin ich auch Influencer geworden. Außerdem spielen wir hier nur auf Platzierung. Wir looten uns Medi-Stuff und bleiben außerhalb. Wie viel Medi-Stuff hast denn du? Ich hab wenig Buffer. Äh, sieben Buffer. Dann halt ich mir noch kurz nochmal rum. Ich leg dir was raus. Hm, Kofferraum. Ach ja, ne? Ah ja, ich müsste trotzdem für den Koffer aussteigen. Ich würde niemals cheaten. Außer bei Age of Empires. Da schon. Ich hab mich grad, was das letzte Spiel ist, bei dem ich gecheatet habe. So vollkommen egal was. Also Second-Players. Call of Duty. Multiplayer. Ja. Naja. Du schaffst dich. Oh. Warte. Hab ich's gesagt. So, ja. God Mode on. Wir wollten damals auch eigentlich Warzone weiterspielen. Das hat gar nicht an dem vorgeschobenen Problemchen gelegen. Ich wurde gebannt. Wehrfach. Ich hab am PC von eines gespielt. Wie diese eine amerikanische Streamerin da. Danke. Keine Ahnung. Wo du die Umrandungen gesehen hast bei ihr. Umrandungen? Also von den Gegnern. Naja, die Umrandungen. Oh. Meine Güte. Achja. Das war meine Freundin. Auf dem Dach, linke Seite. Klara. Ist sie Klara? Ich weiß nicht. Immer noch auf dem Dach, Maxi. Immer noch auf dem Dach. Ist nicht. Ja, ja. Ich schon. Oh, der Baum. Dazwischen geht. Aufhört. Aber der zweite auf dem Dach. Nee. Wo schießt das? Der war auch auf dem Dach. Der war auch auf dem Dach. Der war auch auf dem Dach. Beide? Cheats activated. Nee, nee. Auto kommt. Nehmen beide wieder. Auto lässt rollen. Geht er mir schießen auf mich? Was ist denn hier los? Das sind neue Drops. Hinter dem Dach noch einer. Zweimal angeschossen. Glaubet nicht. Wir müssen aufpassen, dass die jetzt nicht von hinten hochkommen. Oh. Oh. Noch eine Auto. Blööös. Arsch alle mehr. zu viel gewollt binockelt so ärgerlich hab die so volle ja ja ich muss doch mal kommen du hast du hattest ein self-revolve voller 80 hallo 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 ach ehrgerlich 44 ist das beste bei dem schmuck gemeldet gerade meine haben sich auch bei den jobs relativ doof angestellt ich hab sie nicht einfach nicht gut getroffen ach so ich habe jetzt nichts außerordentliches gemerkt nur keine ahnung wenn jemand first person spielt das ist immer etwas komisch wenn es gerade nicht im haus ist oder irgendetwas ich schaust mir also ich werde jetzt sehe wenn jemand ein level hat so ein level unter 100 also wer fängt denn heute noch mit pubg an so das glaube ich einfach nicht das ist grundsätzlich so spekt er ist die grad von weit rüber geschwenkt ja ich habe noch leid offline gespielt könnte ich gehe kurz schiffen bis gleich bis gleich ohohohoho schöne map ok ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich durfte es auch unter Level 100 sein. Ja, das gab es ja der Ende. Aber du fängst ja selbst dann auch noch nicht neu an. Das ist es halt. Ich springe am besten nach Pochinki. Du meinst, ich soll zu diesem Haus springen hier? Das war, weil ich gerade urigieren war. Das spannt mich immer. Ja, bist du tief eingeatmet. Ein Team, ne? Zwei Teams. Einer ist noch ganz weit oben irgendwie. Springt Richtung Strand, keine Ahnung. Ja, links und rechts ganz weit außen. Aber zwei haben wir hier irgendwo. Hm. Richtung deiner. Da auf dem Dach. Klar. Das vergesse ich doch nichts. Ich vergesse viel, aber das nicht. Ah, vier Koffer. Keine Waffe. Ich habe immerhin mal eine UMP. Das ist kass. Jetzt wird es schon angenehm. Ah, nehme ich eine Double Barrel mit? Nimm sie mit. Tu es. Ich sage nein. Wählt mir noch was ein auf meinen Ruf. Was ist das? Andi? Ich dachte, ich hätte ganz kurz ein Auto gehabt. Ich glaube nicht. Ich bin schon auf der Kirche. Ist ja nichts. Ist gut. In Richtung deiner sind es auf jeden Fall gelandet. In der Ecke. Deiner ist hier drin. Sollten sie sich eher nach Norden durchlooten. Jetzt geht er auf das Dach wahrscheinlich, wo man immer irgendwie rauf kann. Also, wenn man aus gut dabei ist. Ja. In der Mitte ist er schon. Ich weiß nicht, wo sein Mate ist. Ich habe bis jetzt nur den einen gesehen. In blau geleuchtet. In blau geleuchtet. Weißt du? Ist das Auto? App? Ah, Travel Smart. Oder Slashy. Jetzt geht er nach oben. Eins nach oben? Eins nach oben? Cool. So tut er weit. Ist runtergesprungen. Geht jetzt weiter nach links. Damit er falsch mal auslöst. Ist ja ganz hoch wahrscheinlich, oder? Ja, vielleicht. Ist sein Mate. Da opaß nicht, dass er auf der linken Seite ist, oder? Da ist auch ein Kreis über. Die Comeback-Dings, das Comeback-Dings meint er vielleicht? Das kann sein. Ist das, glaube ich, von hier hinten aus sehen können? Oh, shit. So, das Ding? Puh. Wie erkläre ich dir das, Xorox? Wie erkläre ich dir das, ohne... Ohne mich zu schämen? Nein! Dass ich das Spiel noch spiele. Es ist ein Comeback-Dings, ja. Wenn du stirbst, jeder hat sozusagen einen Dog-Tag dabei. Und wenn du stirbst, kannst du das aufsammeln. Von deinem Teammate. Und damit zu einer dieser Station gehen. Dann klebst du da 10 Sekunden dran. Und machst... Und dann kommst du mit der nächsten Zone, fliegt hier nochmal ein Flieger drüber. Und dann wirst du wieder abgeschmissen. So ein bisschen wie bei... Bei... Hier... Weißt du? COD. Ja, ja. Wir haben ein Countstrike. Apex! Das habe ich gesucht. Wie bei Apex. War noch Happy Sand. Ja. Hier dieses eine neue... Äh... Diese eine neue Extraction-Shooter. Wenn ich auf der Liste hatte. Äh... Hier läuft er. Der... Der hat eine Funktion, die Leute auch wiederzuholen. Aber irgendwie relativ aufwendig und schwer und irgendwas. Und du musst nicht so wohin. Sondern es gibt so eine Art halt... Defibrillator. Weil da die Raids irgendwie insgesamt halt irgendwie deutlich länger gehen. Weil ich glaube, auch sogar zeitlich unbegrenzt. Wieso deswegen? Das ist halt... Hat halt einen höheren Survival-Faktor. Eine größere auf einer Welt. Irgendwie so. Äh, nicht Battlefield. 3CCP. Kannst du dir mal angucken. Den genockt? Du hast einen gekillt, oder wie? Nee, hast du den genockt? Ich hätte den genockt, ja. Achso. L... Das hast du gut bekommen. So heißt das. L33T. Was ist das Ding? L33T. Schon eher zu uns. Kommt immer. YouTube im Markt. Programmen auf jeden Fall mal YouTube. YouTube ist main. Spätestens wenn du da doch mit dem Nachhinein und so mit da reinrechnest, ne? Also... YouTube ist main. Ja, wir haben hinten ein Auto, ne? Ja, würde ich sagen. Der fliegt. Das könnte er sein. Der fliegt, ja? Naja, der Einzelne vorhin, ne? Da ist ja nochmal einer so komisch gesprungen. Ganz weit links außen, ganz weit rechts außen. Vielleicht auch was da fahren. Kann ich nimm mal den Wagen hier in der Mitte? Mal gucken, ob ich es überlebe oder nicht. 13, 37 Gamers. Geht's ja gut. Ich weiß, man hilft nicht, was du da schreibst und was das bedeuten soll. Irgendwas Wissenschaftliches. Ich glaub, da... Da hat einer den Fehler gemacht und den Insulinspiegel am Ende des Tages nochmal hochgetrieben. L33T. Achso, wegen Lead. Oder was? Alles, okay. Ich treib dich gleich hoch. Ja, ja, ich, ja, siehst du, siehst du? Jetzt wird er wieder aggressiv. Ich sag ja dann. Dann hör dich zu den Insulinspiegel. Dann machst du nichts. Aber das sah echt ziemlich cool aus. Dieses Lead. Oder L33T. Und halt Greyzone. Also mit den beiden zusammen gibt's auf jeden Fall zwei, ich sag mal, interessante Kandidaten. Projekt links. Hast du Fünfer? Nee, ich hab 100 Schuss. Das ist für eine Waffe, das musst du erst mal passen. Er braucht eindeutig einen Beruhigungsgex. Ich glaube auch. Schippes. Ich glaub, da muss jemand ein bisschen knabbern. Jips. So geile Rosmarin-Chips gekauft heute. Haschmarin. Ah, die Besten, die Besten. Beruhigt. Ungemein. Er ist der Flieger. Gute Nacht, Uli. Pommels. Ja, Pommels mag ich auch. Ich mag eigentlich alles bei Chips. Ich bin Poli-Chips-Dude. Pommels ist geil. Das sind Pommels? Sind sie nicht Pommels? Sind sie nicht Pommbeeren, oder? Nee, nee, nee. Aber die sind auch aus so, hauptsächlich Kartoffelstärke gemacht. Ach so, was an der Zunge hängen bleibt. Ja, ja, genau so ein bisschen. Das ist so gitterig, wie so kleine Gitterkisten. Gitterkisten, ja, ja, okay. Das ist, glaub ich, besetzt. Es gibt kaum Chips, die mir nicht schmecken. Jetzt hab ich die. Es gibt so Sweet Chili Chips. So in so einer komischen rosa-lilalen Packung. Von so einer teureren Firma. Ich glaub, sind das Kettles? Das kann sogar so glücklich Kettles sein. Die sind lecker. Ich stehe halt voll auf Thai Sweet Chili. Auto steht hier dran, ne, vor uns. Sweet Chili Kesselschips um. No, no, no. Die Leute hängen auch um. Schau, war. Dann. Dann. Keine Steps. Gleich dahinter. Einschüssen. Das kann auch Walkers sein. Auf jeden Fall so eine Knallpinke, pinke-rosane, irgendwie, keine Ahnung. Qualk-Quink-Packung. Qualk-Quink-Packung. Qualk-Quink-Quink. Qualk-Quink. Die ist geil. Es gibt bei Kaufland, die haben so eine schwedischen, oder wie es so wird. Da gibt es Piri Piri Chips. Die sind auch geil. Also quasi auch Chili Chips, sozusagen. Die sind auch geil. Ach, brauchst du ein Visier? Ich habe ein Visier mitgenommen. Fertig. Vor eins. Sex? Ja. Da bin ich immer dabei. Frank? Hast du ein Vierfach? Einfach könnte ich dir gehen. Nein, nein. Weg damit. Piri ist Walkers, ja? Kann sein. So eine teurere Firma. Die sind echt geil. Walkers. Text der Stranger. Beste Serie. Ich glaube, wir können weiter. Wir sind auch irgendwie drin, aber wenn ich jetzt nichts mache, schlafe ich ein. Mhm. Ich glaube, wenn die jetzt die Runde tatsächlich... Ja, kannst du durchlaufen, wenn du willst. Nee, nee. Ich erlaub's dir. Ich muss gleich noch mit Telefonieren. Deswegen ja auch diese... Deswegen stream ich jetzt auch wieder um 9 Uhr noch zusätzlich. Wenn ich halt mehr Streamzeit haben will, ich krieg das nicht hin mit dem Kleinen zusammen. Das ist unmöglich. Was? Ja, wenn du um 7 Uhr morgens geweckt wirst, ist dann irgendwann dergleichen. Da kann ich nicht bis 23, 24 Uhr streamen. Also mit 8 und Krach vielleicht mal bis 23 Uhr, aber in der Regel. Ich könnte auch um 21 Uhr schlafen gehen. Ich würde sofort einschlafen. Ja, mach das doch. Mach die Cam an einfach. Und gut ist... Viel Unterschied ist eh nicht. Ich hab mal ein Pupsgeräuschfilter. Ich hab mal ein Pupsgeräusch was stärker. Musst du mal testen, was besser läuft. Okay, Lieder hinter uns. Naja. Stimmt fighten sie auf jeden Fall, dass irgendwas explodiert. Ja, das sehen sie auch. Und Fahrzeug sehe ich. Nate kommt noch, Wattung. Meine, meine. Ach so. Oh, nie mehr gut. Weißen Paar. Nein. Nee, ich bin... Ich brauche eigentlich relativ lang, um einzuschlafen. Vor allem hier bin ich nachher eigentlich, weil ich eigentlich da abschalten muss. Abschalten musst du. Panzer? Ja, so köpplich. Nee, Digga. Agu? Agu? Das, was weiß sehr hezt, wie nicht. Die Videos, da historisch, da bis kein schlafen. Ja. Der wird nicht zurückkommen. Sag ich dir. Oh, da ist er wieder. Ne, ne, eher so. Normalerweise nicht, aber wenn ich halt... Ich komme halt zu relativ wenig schlafen, wenn man auch Kinder hat und so. Und so tagsüber, da mal so einen Punkt zu finden, wo du mal irgendwie mal ein bisschen entspannt hast, ist in der Regel sehr selten. Aber wem sage ich das halt, ne? Ja. Also ja, dann schläfst du auch schon ein bisschen schneller ein. Aber... Also in letzter Zeit, als ich ja dann immer noch mal wieder so ein paar Wochen noch mal alleine war, habe ich selbst, wenn ich bis Null herangestreamt oder so, und müde war, lag ich im Bett und habe locker eine halbe Stunde gebraucht. Dass ich dann irgendwann mal soweit war, dass ich irgendwie einschlafen konnte. Hoffentlich erst mal abschalten musste. Die hier werden gepusht. Mhm. Ich würde sagen, andersrum ist fast interessant. Das war ein Headda. Da liegt der Helmi. Okay. 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 Letzten drei Schüsse waren schön und ich kann gar nichts mit der Drago. Was ist der denn? Hier zwei drin. Shit. Ist die noch drin? Nee, die müssen... Die haben ein Fahrzeug. Ich habe denen Reifen zerschossen. Ist ja keine Waffe mit denen, brauche ich nicht. Immer ohne. Da saß kein zweiter drauf auf dem Buggy. Ja, der läuft jetzt. Letzten muss. Urureau. Ja. Wo dann geht's in raus. Das ist immer noch drin. Ja, ich wollte nur zur Seite nochmal fahren. Oh, nice. Wollte es nochmal brauchen. Ich habe gerade einen Gili getötet und habe mich schon nochmal seine MK geklaut. Was? Nice. Ja. Das ist auch fit. Auto kommt. Zwei Leute. Angehalten. Wer von weiter weg von der MK, was ist näher? Muppet, Held? Sehr wenig genockt wurde. Nicht so richtig. Ich habe die Schüsse gehört. War ganz komisch, ey. In der Luft bin ich noch nicht weggeflogen. Ich hätte die MK nicht holen sollen. Das ist Karma. Ja, hier sind sie noch drin. Rechts von uns. Wahrscheinlich waren die das. Ob da hinten noch was ist? Ja, rechts habe ich aber nichts gesehen die ganze Zeit. Schon ganz gerne eigentlich die Boys hier vorne mal looten. Die kommen gerade. Von Orange. Boah, milder. Okay, bin weg. Ja, war es glaube ich. Bei mir auch. Ich will einen schicken Held ergeben. Das ist irgendwo weg. Hat aber ein ziemlich hohes Level. In den Fenstern links noch eins weiter. Hm. Was hat mir getan? Safe. Erster Stock, rotes Haus, linkes Fenster. Hm. Die Scheibe sind okay. Zweifarbige, meinst du? Ja, genau. Der ist hier näher dran. Aus dem linken Fenster raus haben sie geballert. Krass. Genau. Aber der hat ein sehr hohes Level. Kein Grund. Den Melch. Was denn? Aber dann hat er sich mitgekauft. Schön hätte er gedrückt. Ich höre da ein Panzer durch die Gegend rollen. Alles gut. Na gut, dann würde ich aber sagen, war es dieses eben für heute. Ich wünsche euch allen eine angenehme Gute. Aha. Sage mal so. Werden uns morgen dann auch schon wiedersehen. Ah, guck mal. Ich kann euch sogar weiterschicken. Wir werden uns dann morgen um 9 Uhr wiedersehen. Dann spielen wir Expeditions weiter. Und wie gesagt, ich werde morgen Abend, das könnte sein, dass ich mein Abendprogramm morgen nochmal ändere. Ich bin, wie gesagt, an so zwei Shootern dran. Wenn ich die früher spielen kann, dann würde ich morgen tatsächlich dazwischen spielen. Das könnte dann ziemlich cool werden. Oder vielleicht auch nicht. Mal gucken. Aber ja, ich würde dann mal so Richtung morgen Mittag, wahrscheinlich spätestens nach dem 9 Uhr streamen, würde ich dann mal nochmal, wenn sie ja nichts getan hat, dann bleiben wir dabei. Aber ich sage dann halt. Also, viel Spaß bei und von meiner Seite aus schon mal Tschüssikowski. Adieu. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.